ein recht herzlich willkommen auf einen neuen live stream auf dem kanal ist wir sind weg am start heute mit hitman 2 und ich freue mich da ein bisschen weil sich das sehr viele gewünscht haben wir haben hitman 2 nämlich mal in einem live stream gespielt aber damals nicht durchgezockt ich überlege vielleicht ja mal schauen ich weiß nicht ob ich es durchzocke aber ich fange hitman 2 davon neu an damit ich wieder ein bisschen die story und so reinkomme und ja herzlich willkommen freut mich dass ihr heute dabei seid dass ihr eingeschaltet habt vielen dank auch die leute die schon vor dem stream hier donated haben hier ja lolol haut raus carsten wunder mit einem guten abend du hattest hoffen dass es schön wochen gehabt morgen 15 uhr einschalten hier bei kurde dankeschön vor der minute genau wichtig morgen 15 uhr trailer leute wir werden morgen live auf den gta 6 trailer reagieren und analysieren also morgen also morgen wird geschichte geschrieben ich freue mich da so drauf lieber chat freut euch auch da so drauf auf morgen also mein einzigen chat wer sich auf morgen schon freut also ich freue mich dass es für mich dass das ist dieses jahr mein weihnachten das ist das ist mein weihnachtshunder dieses jahr dass wir dieses jahr den trailer sehen dürfen aber ich freue mich da so drauf leute das wird so geil aber ich bin doch ich bin auch so froh dass wir doch vor gta 6 trailer den rlo trailer auch geschafft haben aber stell dir mal vor wir hätten den trailer einfach nach dem gta 6 trailer geballert wird aber sicher noch über ein jahr dauern bis das rauskommt aber gta 6 morgen ich bin so hyped ich könnte so ich könnte so ausrasten leute also morgen wir werden fünf vor 15 uhr anfangen morgen im stream das ist vor 15 uhr wäre so 14 uhr 14 30 vielleicht starten dass wir es nicht verpassen wenn wir ein bisschen analysieren und ein bisschen was vorbereiten und ich freue mich einfach drauf ich hoffe ihr freut euch auch auf morgen also morgen wird geschichte geschrieben so sieht es aus so vielen dank auch an der coole typ pro 1 zu 7 was jupi youtube 5 reiskocher youtube rojan und gamermix danke fürs dp werden wir mal rein ins game ich habe nicht richtig bock auf hitman heute das einfach wie oster weihnachten zusammen voll geil und geburtstag zusammen ich habe ich habe auf gut old classic meine facecam wieder so gemacht gefällt euch diese facecam mehr weil ich habe zwar die andere gefühlt wie im hintergrund und so aber wenn ich so gucke auf so auf so telefon format finde ich besser wenn es hier ist weil hier ist größer also das ist mein 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 gesicht so riesig wisst ihr was ich meine so jetzt habe ich jetzt meine facecam wieder so ein bisschen um gemacht auf die good old classic facecam weiß nicht ob ich das besser gefällt als die die wir jetzt davor hatten also was ich kann euch mal zeigen das ist ja die andere hier ha ich bin doppelt ja und jetzt habe ich halt die weil die halt größer ist ne und wenn ich die andere viel zu groß mache dann sieht es auch wieder kacke aus ja viel besser okay besser ja ja jetzt besser okay aber wenn es euch gefällt lasst mal so dann lassen wir es einfach so weil dann ist weil mich hat es auch ein bisschen gestört haben auf dem kleinen format zu gucken als der hund zu klein das ist besser gut gehen wir mal einsatz ziele planung da kann ich jetzt schon planen wiii hallo ein clown kostüm ich gehe mal elegant wobei ist das weil da kann ich mit dem anzug klassischer anzug kampfschwimmer anzug macht das denn einen unterschied aus details anzeigen ok nee ich nehme den hier dann schmuggelobjekt müllcontainer versteckter vorrat im müllcontainer ach da kann ich eine waffe rein machen nee ich habe hier eine waffe dabei passt schon ich nehme mir die passt schon die reicht mir aus dann das nehmen wir mit münze nehmen wir mit startpunkt boot kann startpunkt auswählen in dem boot das boot planung spielen profi einsteiger profi oder meister und ich muss sagen ich spiele meistens auf leicht weil ich keinen bock habe immer etwas zu überholen nscs acht weniger auf geräusche das hat profi und meister das ist jetzt standard eingestellt sicher der hier ja der hier ist eingestellt ja ich mache auf ich mache auf einfach oder auf einsteiger ich muss ja auch wieder reinkommen passt schon weil ich bin eher so der typ ich rennen lieber gerne durch was steht da finden sie einen weg das haus zu infiltrinnen sich ok gut dann starten wir durch oder einsatz ziele blablabla und spielen rein da rein die olga alles schreibe ich so profi oder meister stellen warum nicht hitman 3 weil ich gerne zwei spielen will weil hitman 1 habe ich gespielt hitman 2 habe ich angefangen zu spielen habe es aber nicht fertig gespielt und bevor ich dann hitman 3 spielen will ich hitman 2 durchgespielt haben weißt du was ich meine so ist bei mir so eine sache ich will man die vorgänger spielen eine unerwartete entwicklung ich weiß du ich muss jemanden umbringen das reicht mir aus wenn ich so drüber nachdenke das spiel ist von 2018 diese grafik die grafik ist voll nice 2 18 gibt euch das mal und gehen mal rein ins haus finden sie einen weg in das haus nein ich werde aus dem haus raus finden ja gut aber leute grafik ist geil ne grafik ist schon ist schon mega in dem spiel für 2018 also das ist durch das mal hier der der sun flare guckt euch das an die wollten die bewegen sich ach das ist nur so eine png textur die sich einfach so ein bisschen mit bewegt okay nevermind doch nicht so krass aber das sieht krass aus das ist mal ein traum häuschen oder so mitten in der wüste am poppest der welt einfach so ein haus am strand und dann noch so wunderschön voll unrealistisch ich glaube nicht dass es so etwas nicht gibt aber cool dass es schon aus ist eine privaten insel wir wissen es ja nicht vielleicht hat der bre ach ja wir sind hier mit dem boot hergekommen vielleicht ist es eine privatinsel ja dann macht es Sinn wenn das eine privatinsel ist und das haus steht hier ja doch doch dann macht das mörder sinn so gehen wir mal rein finden sie mich ins haus ich weiß gar nicht mal wie bin ich ein letztes mal reingekommen ins haus ich habe die mission habe ja schon mal gespielt durchs fenster aber hier ist offen die guten tag handwerker weil ich dachte da steht jemand also nehmen schraubenzieher mal hier die tür auf die öffnen ach so schlüssel brauche ich ne warte ich habe ja einen schraubenzieher ich brauche einen dietrich oder schlüssel oder eine brechstange fehlt okay dann komme ich da nicht rein ich brauche einen dietrich brech haben oder sonst was kommt mit dem schraubenzieher ich schaue ob einfach eine tür offen ist ich mache es auf die gut old classic art geht auch nicht gut dann check ich ab irgendwas konnte ich glaube ich mit dem schraubenzieher machen das kann ich mit dem schraubenzieher hier war das ne ah verteilerkasten schraubenzieher ja jetzt geht das ding auf ne ja hopp den gibt es gar nicht gut den drehs ich nehme mal hier das ding mit ich schließe das mal das türchen dass hier keiner rein guckt so machen hab ich jetzt mal ne waffe dabei weil irgendwie hab ich das gefühl ich hab äh hoppangasflasche ja schmeißen wir die mal hin oder boah ist das laut also wird jetzt ja im hause ist ja schon öffnen dietrich ja ich hab brechstange brauche ich ne brechstange immer brauche ich ne brechstange ich habe keine brechstange bre ich habe einen einen kanister habe ich dabei oh ne da ist jemand ne ah ne ist nur der fernseher langweilig so vergiftung fehlt oh ich könnte die vergiften und ich habe kein gift da ja das ist super ich geh durch laufzimmer ich glaube es ist keiner im haus jetzt ne ne ist keiner da ist nur der fernseher der hier läuft ne finde ich irgendwo gift auf die schnelle haben sie irgendwas was was könnten giftig sein in dem haus irgendwas was äh ach warte ne 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 ich möchte ich möchte die alle vergiften das wäre so funny aber wo finde ich was also gift suche ich ich suche gift das muss doch hier irgendwo sein hier was ist das rattengift ja guck einfach in der haushaltskammer nachgeguckt verstanden ja und wie wir die vergiften werden jetzt hat die frage wo schmeißen wir das gift rein weil vergiften zucker honig zucker vergiften oder ich würde es ja gerne in so ein drink reinschmeißen weil es eine wein weinliebhaberin in den wodka ja vergiftet ja passt benutzen rein da vergiftet man mal den wodka also dass das hier reinkommt kann ich noch mehr vergiften bitte ja ich schau mal ob ich noch ein bisschen mehr gift finde habe ich noch ein bisschen mehr gift äh spaghettisauce ja die können wir auch nehmen natürlich immer alles mit ach wisst ihr was die machen so sehr gemütlich wir geben ein bisschen was kochen hier drin oder habt ihr da bock drauf wir machen leute machen eine eigene kochshow hier drin warte wir kochen jetzt drin hier guck ich mache das hier drauf so ein bisschen kocheln machen wir den ding hier an hier warte was steht hier ja nur überwinden oh hackpeil ja und jetzt warte jetzt frisch aufhacken ne funktioniert nicht ich würde aber das messer mitnehmen da habe ich bock drauf ich gehe jetzt mit dem messer rum ich gehe mit dem messer rum mit dem messer gehe ich rum da 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 und ich hab dir das nicht vergiften könnt ne geht nicht passt ok ich geh mal hoch ich weiß noch oben gab es diesen geheimen gang da müssen wir irgendwie rein das war glaube ich hier hier ist der pc glaube ich wo wir irgendwas computer ja ja der computer ich sehe den computer ich bin der messerstrech mit computer alle vielen dank im höllen alpha für 30 euro und vielen dank ich lese gleich vor Ähm, ja natürlich, also den Key lassen wir doch irgendwo rumliegen Hä, was? Ja, ja, also hier, das Bild sieht mir sehr komisch aus, das zieh ich mal nach rechts USB-Stick? Ah, die Trich, geil So, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell Komm, 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 komm Stell eigentlich in den Computer In den Hello-Elmer-Computer Okay, successful, wir haben gehackt Aha Robert Nock, Robert Ist ja unglaublich, wo der überall verwickelt ist, der Robert 1 zu 7, hier kommt 1 zu 7 Mit den Ranges Ey, das ist einfach die Das ist Mark Rumpes Villa Das ist Mark Rumpes Villa am Beach, jetzt erkenne ich es erst Leute, das ist doch Mark Rumpes Villa, das ist 1 zu 7, ganz klar Ah, nee So sieht mal Kumpel nicht aus Das könnte aber Freddy sein Und das ist Schande Hallo Musik, Orson Was kann ich sagen, du hast wirklich einen für die Team Ja, well, ich sage, stick zu was du weißt Okay, cool Äh, Gift, Trinken, Gift, Trinken Wir müssen sie anfeuern Ey, sag mal, kommen die hier hoch? Ich weiß nämlich echt nicht mehr, Leute Eliminieren sie Elmer Ja, wie wäre es, wenn sie mal Da ist jemand bei mir Warte, wie kann ich hier weggehen Mit Q War das Q, Alt Alt F4 Okay, wartet, hier ist der Woddy Irgendwer muss den Wodka trinken Wir wollen die ja vergiften Maximilian Maximilian Ich bin zu Hause Nee, oh nee, er nimmt den Shot Nein, das ist schlecht Nein, trink's nicht Ich flieg auf, ich flieg auf Ich flieg auf Ich wäre sowas von auffliegen Warum, warum trinkt er den? Ach, nein Ja, das, Leute, ich glaube, das wird schlecht ausgehen Ich, äh Ja, guck mal Ich habe Bauchschmerzen Und ganz viel Durchfall Wo kommt das wohl her? Wo hat das wohl liegt? Ah, nee, doch nicht Sie sind doch nicht aufgeflogen Ja, der wird jetzt nochmal Durchfall Seines Lebenskriegen da drin Das wissen wir schon mal Er wirkt das so schnell Okay, jetzt müssen wir uns da noch was einfallen lassen Weil die Dame da unten Die müssen wir mal ausschalten Das Problem ist jetzt nur Sie hat's nicht Alter, da oben gehen ja auch Leute rum Sie hat's jetzt halt nicht getrunken Die wird 100% den Wein da unten links Äh, wird die den trinken, oder? 100%ig Lass mal öffnen Upsi War das laut? Nö, ne? Ich komm, ich komm hier nicht Ich komm hier nicht weg Wie komm ich? Ah, hier So, okay Ah, nicht so laut Nicht so laut Nicht so laut Wir sind jetzt draußen Da kommt welche Da kommt welche Da kommt welche Ich wusste halt nicht Wo ist das laut? Hat keiner gehört? Genau, tut Swiftly Die Dame Ich frag mich, ob der jetzt wirklich gestorben ist Oder ob er nur Bauchschmerzen hat in seinem Zimmer Wir müssen das irgendwie übelst Gerade abchecken, wie es ihm geht Dem Bre Ja, weißt, jetzt können wir ja hier rüber gehen, ne? Wissen Sie, was ich glaube, ich war bis sie allein Irgendwann müssen sie doch gehen, ne? War das nicht so, dass sie irgendwann gegangen sind Und dann kamen sie von selber? Oh, guck mal hier Bin ich ja gar nicht gesehen vorhin Na, die nehme ich mit Und die nehme ich auch mit Oh, und den Wurfschirm nehme ich auch mit Cool Wurfschirm, Leute Bin ausgerüstet Also wie kann ich in mein Inventory gucken? Ah, hier Tödlich Küchenmesser Blei Was ist das? Ein Bleirohr Ist Blei nicht Ich nehme mal die Klavierseite Falls ich jemanden auf Stealth killen muss, ne? Ich will das ja wirklich Stealth machen Sehr gut Jetzt geht's Wenn ich nicht deine Stahl Dann kann ich Ich höre mal ein bisschen zu Okay, okay, okay Ich gehe nochmal hier Irgendwann geht sie nämlich glaube ich nach oben, ne? Irgendwann Ah, schau, hier Ich muss noch hoffen, dass die mich nicht sehen hier Lernse angemacht Ja Sagen wir nochmal aus, oder? Ah, sie kommt nach oben Ja, 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 ja Versteck mich mal hier hinten Sie kommt nach oben Perfekt aber für uns, Leute Das ist perfekt Sie darf nur nicht in meine Richtung kommen Super Okay, 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 okay Wir haben sie da, wo wir sie wollen, ne? Wir haben sie genau da Und jetzt warten wir Oh, nee, da kommt ja noch wer Och, nö Bitte nicht zu mir Bitte nicht Wobei, wir wollen jetzt um diese Uhrzeit hier raus In der Vorstellung steht aber auch jemand Ich werde einfach warten, bis die abziehen, oder? Oder werden? Wir gehen schlafen, ja Das ist gut Bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht, bitte seh mich nicht Bitte geh doch einfach schlafen, bitte, bitte, bitte Aber das heißt, die gehen jetzt außer Haus Und ich kann jetzt im Haus rumschwimmen, wie ich möchte, ne? Also ich glaube, die gehen, also Oder? Oh, nein, bitte setz dich da nicht hin Och, nö Gut, jetzt muss ich überlegen Wie komme ich zu der Dame? Ohne, dass es irgendjemand merkt Okay, okay, okay Geh mal ganz entspannt Terino Aber ich kann jetzt hier nicht vorbei Weil der Typ hier chillt Ich kann höchstens Aber hier ist ja auch alles full Ich dachte, die gehen weg nach einer Zeit Ich dachte, die fahren dann einfach Ja, jetzt habe ich ein Problem Ich schau mal, wo ich hier nochmal hinkomme Vielleicht komme ich hier irgendwie in so einen Geheimgang Ja, hier geht es irgendwie runter, ne? Ja, machen wir das einfach so Ach, warte, ich muss ja nach oben Und hier komme ich nicht raus, super Freut mich Äh, ja, wie mache ich das jetzt am besten auf Stealth Das ist hier nicht direkt Ich, ich müsste sie ablenken Warte, ich schaue noch schnell mit meinem Inventory Ich könnte ja Hier diese Münze fallen lassen Und dann muss der ja runtergehen rein Ah, ne, er steht auf Geht der raus? Warte, steht der da, ey, zum Kotzen Warte, ich habe eine Idee Ich schmeiß einfach diese Münze hier runter Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht Jetzt geht er runter, okay Das ist schon mal gut Er geht runter Er sieht mich hier eh nicht, oder? Okay, er geht runter Das ist schon mal gut Ich muss mich hier nach hinten Das ist der Sound der Spinde Warte, ich muss das schon mal in den Inventory wechseln Eine Klavierseite Okay 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 Oh, ne, die Duschstrahle Ich muss mich hier irgendwo verstecken Ich muss mich hier irgendwo Warte hin Ich bin Spanner Ich bin Spanner Ich verstecke mich hier drin, weil es ins Bett geht Ah, da ist sie, guck Das Timing Das Timing Die war gerade duschen Oh, nein Ich muss beide umbringen Ich wusste nicht, dass sie zusammen sind Nicht so laut machen Hallo Ich hör nix Ihr könnt euch das Boah, schöne Schöne Unterhaus Daher So mal, sehen Sie das nicht, was ich hier mache? Guck mal Ich bin das Ich bin das Monster Ich bin das Sehen Sie mich? Ich weiß keine Ahnung, dass Sie mich sehen können Ich bin das Weißmonster Ah, er geht jetzt Super Schöne Musik Schönes Musikvideo, was Sie haben Mir gefällt es hier unten wirklich Geh Was hat er an der Brie? Jetzt gehen sie beide Oh, ne, nicht rauchen gehen beide Nein Nicht beide gehen Sie soll da bleiben Nein Aber mir wäre das jetzt peinlich an seiner Stelle Okay, was mache ich die jetzt am besten? Äh, das ist eine sehr gute Frage Ich glaube, ich werde Weil hier vorne ist eine Wache Ich werde warten, bis sie nochmal reinkommt Und dann kille ich sie Mit dem Mit der Seide, die ich dabei habe Glaube ich halt Sollte funktionieren Oder ich ballere beide ab Und hoffe, dass es keiner merkt Ey, Leute Ich glaube, das geht Ich glaube, wenn ich jetzt Wenn ich jetzt rausgehe Und ich, ich nehme Ich nehme meine Meine kleine Waffe Und ballere beide schnell um Dann merkt das doch keiner, oder? Warte, ich schaue schnell mal in mein Inventory Oder kann ich die von hier aus abknallen? Ne Aber beide still so zack, zack Ich weiß nur nicht, ob da draußen mehr steht Weil wenn da keiner steht Dann kann ich die beide abknallen Auf die Schnelle Oder ich warte, bis sie schlafen gehen Ich hoffe, die machen dann kein Dächtel-Mächtel Ah, er geht wieder rein Er sagt, es ist kalt da draußen Er wird jetzt gleich wieder reinkommen Es war blöd, wenn ich jetzt rausgehen sollte Ne Ich glaube, ich warte, bis die sich ins Bett legen Ich glaube, dann ist die beste Ja Oh, zum Glück bin ich nicht rausgegangen Die kommen jetzt direkt wieder rein Und da kommt auch die Wache Ne, zum Glück Ey, was macht der da? Achso, er trinkt was Ne, dann warte ich lieber, bis sie schlafen gehen Kein Bock So, jetzt werde ich das mal vorlesen Ein wunderschöner Advent nachträglich Von mir und meiner Verlobten Ich bin länger still der Zuschauer Und schaue sehr gerne in den Streams Und all die es noch nicht gemacht haben Like und abonnieren ist Pflicht Beste Hund Dankeschön Auf jeden Fall Jetzt können sie schlafen, oder? Gute Nacht Ich spanne nur mit Ich bin nur am spannen, Leute Ich mach gar nichts Warum krieg ich diesen Poppes in die Fresse? Warum? Okay, ich warte, bis der weg ist Und dann balle ich beide ab Und tu beide hier rein Das sollte funktionieren, oder? Oder Leute, ist das zu laut, wenn ich ballere? Ist das zu laut? Ähm, werden wir kurz gucken Was ich noch dabei habe Ich hätte Ja, ich muss halt beide gleichzeitig Auf die Schnelle, ne? Tödlich, Dietrich Verboten ist Objekt Nicht tödlich Ja, ich meine Ich könnte halt Klavierseile benutzen Aber ich habe halt Angst Dass dann einer aufwacht Ah, das könnte ich auch benutzen Mit viel Glück Aber ich glaube, ich nehme das Küchenmesser So, ich Ey, ich weiß nicht Was ich nutzen soll, Leute Das muss mich jetzt echt entscheiden Leute, wenn ich mit der Knarre baller Kommen die dann? Weil, ja, der hat ja ein Schalli drauf Ist da ein Schalldämpfer drauf, ne? Na, Schalli, nett Schmeiß Messer So, ich will nicht So, ich will nicht mit dem Messer kommen Nee, hast eh Schalldämpfer Nicht, denn, Mann Das ist nicht Zielkill Nein, du hast doch Schalldämpfer Nein, du hast doch Schalldämpfer Pistolen hat Schalldämpfer Mit Schall geht das Okay, glaubt ihr wirklich? Okay, gut Dann, wenn ihr sagt Er hat Schalldämpfer Dann passt das Jetzt warte ich, bis die beiden einschlafen Und sobald die einschlafen Mach ich Kill Dann mach ich Multikill Also Double Kill Sonst schlafen die, glaube ich Beide, ne? So, so Ach nee Er ist noch wach Okay, drei Zwei Nee, ey, ey Warum bist du noch wach? Geh schlafen Ich mach mit Charlie Beide Auf die Schnelle Oh, ich muss ihn ja gar nicht umbringen Sie schläft nur Der pennt grad neben Okay, das ist überhaupt nicht lustig Er pennt grad neben seiner toten Frau Aber das ist gar nicht gerallt, ne? Mit Schalldämpfer Körper wurde gefunden Von wem? Oh nein, ey, das Der Oh nein Die haben's mitbekommen Weißt du, der Der Ich hätt sie doch reintun sollen Ich hätt sie doch Ich war's nicht Ich war's nicht Ich guck mir das jetzt hier alles an Das ganze Spektakel Ist ja besser als jeder Kinofilm, Leute Guck ich das an Oh nein Was ist jetzt deine Reaktion? Hä? Bruder, ich hab grad deine Frau umgebracht Er heult nicht mal Er geht einfach Mir ist das komplett egal Weißt du, anstatt erste Hilfe zu leisten Oder so Nö, ist mir egal Ich steh auf und renn weg Ich frag mich, wie lange die jetzt suchen nach Wir suchen die jetzt die ganze Zeit Ich muss hier irgendwann raus Ich wollte das eigentlich stealth machen Ey, aber Leute Wer kann wissen Dass die in die Fensterscheibe reingucken Weil die Das sieht ja so aus Als würde sie schlafen Guck mal, die schläft doch Oder? Die schläft doch Ich hasse NPCs Die einfach zu schlau sind Das ist wieder so Diese OP NPCs Wisst ihr? Die erkennen auch 50 Meter Oh ja, der Mensch schläft nicht Der ist tot Es hat weder jemanden Knallgott noch sonst was Das ist so assi Gut, ich versuche jetzt einfach Aufzustehen und zu hoffen Dass ich jetzt nicht Unter Schusswechsel komm Wenn doch Ich nehm meine 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 Waffe Okay Okay, Leute Ich muss hier irgendwie Wieder raus Komm ich hier Vorne Runter Hey, hier ist ein Spiegel Hallo Du siehst aber hübsch aus Voll die geile Spiegelanimation So Oh ne Alles ok Nix passiert Alles unter Kontrolle Ja War eh klasse Dass es im Shootout endet Oh ne Jetzt hab ich meine Waffe nicht Komm ich hier runter Hier vorne Oh da kommt jemand Da kommt jemand Da kommt jemand Er sieht mich nicht Haha Ist so blöd Oh ne Die sind ja da unten alle Ne Och nö Aber er sieht mich nicht Das ist schon mal sehr gut Ich schaue dass ich hier irgendwie Ey warte Kann ich nicht seine Sachen anziehen Wenn ich ihn umbringen Muss nur schauen dass er wieder rauskommt Die suchen mich halt immer noch So warte Ziehen verkleinen Ich muss mich verkleinen Als ihn So geil 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 Okay jetzt bin ich Da kommt jemand rauf Ich weiß nicht ob er mich erkennt Ne Ich glaube ich muss dann schneller weg Okay das war aber schlecht Idee aufs Dach zu gehen Ich komme ja nie wieder runter So gefühlsmäßig Außer ich spring hier rein Durchs Na super So viel zu Ich mach das Stealth Ich mach das Stealth Man kann aber 100 Prober As Dach rein Aber gut dass sie mich nicht erkennen Ich muss ja drüben wieder runter Ne aber Also das war schon assi Das war wirklich assi Also ich hätte gedacht Ich komme damit durch Dass die da einfach Auch wenn es liegt und ich gehe raus Okay ich gehe ganz normal Ich fach heute meine Schularbeit fertig schreiben Ich hab eine schlechte Note gehabt Und so Wir wissen Bescheid Ich steck mal heute den Finger Da komm Geh mal hier raus Wenn ich hier vorne rausge Wo ich gekommen bin Hier ist keiner Ach hier oben ist nur einer Ich hab ich hab Ey warte wenn das der letzte ist Hab ich alle im Haus ausgeschalten Die anderen wissen das dann doch gar nicht oder Oder doch Ich bin doch jetzt Ich bin jetzt da die ne Ach geil ich komm damit durch Ich komm damit silent durch Dass die das nicht rallen Ist das geil Ja cool Ich bin jetzt einer von euch Jungs Weil ich weiß noch Das erste Mal wie wir das gespielt haben Bin ich aufgeflogen Und ich musste da übelst das Battle Mit den Leuten machen Ich hatte trotzdem Abstand Weil ich weiß Wenn wir keinen Abstand halten Erkennen die mich Alles unter Kontrolle Alles unter Kontrolle Guten Tag die Herren Guten Tag Oh nein Oh nein Der checkt's Der checkt's Der checkt's Der checkt's Geh weg Geh weg Alter war das knapp Hoch Jetzt was erkannt ist Ich kann echt da bin von denen Ist ja mein Boot gefunden Das heißt Ich muss mich da Höchstwahrscheinlich durchschießen So wie's aussieht Aber das ist ja nur noch der Ausgang Eine Laute Ich hab Das Problem ist Ich hab nix lautes Weiß ich Reicht das hier Das laut aus? Hier so So eine Info Ah da hinten Ah Da ist so ein So ein Dings Aber nee Ist egal Ich schmeiß das Ding hier hin Also geht ja nicht ne Ah doch Die checkten das schon Oh nee Die bleiben Die bleiben Okay ich muss doch zurück Außer ich knall die jetzt einfach schnell ab Und Wisst ihr was ich knall die einfach ab Mir ist sowas von egal Ja genau jetzt muss ich reloaden Und ab geht's Tschüssi Oh nee ich muss hier rein Hilfe Ah hier Ich würde G drücken Weg da Huch Doch noch ein paar Leute mehr abgeknallt Als nur eine Person Aber hey wir haben es geschafft Yay Ist das geil Ich freue mich auf die nächste Mission Weil die ist ziemlich nice Emil nochmal mit 5, 6, 20 Dankeschön Emil und Moin Meister Mit 10 Euro und Überweisungsgebühren Moin Wie geht es jetzt eigentlich mit dem Kartell Auf Erelob weiter Kommt da was Neues Es kommt was Neues Du darfst dich Darauf eigentlich Freuen was kommen wird Weil Wir haben ein ziemlich Ziemlich Ich sag mal Eine gute Idee jetzt gehabt Gestern Wir haben uns gestern So ein bisschen Zusammengesetzt Darüber geschwafelt So was wir machen können Und wir haben da Eigentlich relativ gute Ideen gehabt Was das Kartell betrifft Ey schau da steht da so Axiun drauf Einmal mit Steam verbunden Und da wird auf jeden Fall In Zukunft was sehr geiles kommen Worauf wir uns denke ich mal Alle freuen werden Ich sag mal Kartell-RP Auf dem neuen Level Das ist der Sound Aber ich spende Vor allem haben wir auch überlegt Ob wir das Kartell so lassen Wie es jetzt ist Also vom Aufbau her Aber ich glaube wir werden da So ein bisschen Also wir haben da schon So Ideen Ich sag mal die die jetzt geblieben sind Haben auch schon ein paar Ideen Reingebracht Was ja ganz gut ist Ich brauche wieder RLO Jetzt wirklich bald Wir machen heute noch Ein paar Sachen fertig Und Beta läuft dann gleich Servus allen Mit dem weißen Punkt Mit dem weißen Punkt Über den Kopf Können dich erkennen Andere nicht Ah danke schön Remo Vielen vielen Dank für diese geile Info Das hilft mir auf jeden Fall Sehr viel weiter Weil ich dachte immer so Ein paar kennen mich Manche nicht Ach weil die dann vielleicht Befreundet sind oder so Die mit dem weißen Punkt Auf dem Schädel Das macht Sinn Ronny Alter vielen Dank für ein 10 Vielen vielen Dank Ronny Danke hier an Warte VNM Juko fürs VP werden Gamer Mix TV Moin Hoffen du kennst mich doch Natürlich Vielen Dank Und der Gruß geht raus Und viel Spaß Schreibt da Schneller 21 Danke fürs VP werden Florian Abernachm hat 2 Euro raus Vanessa Strübig Hat 5,26 Euro raus Moin Kestüren Wie geht's dir Und mir geht es gut Mal weiter Also bleib gesund Vielen vielen Dank Bleib ebenfalls schön gesund Insgesamt Ich wünsche euch viel Gesundheit Weil derzeit geht sehr viel herum Aber Büsche müssen auch drauf sein Auf dem Gelände Ach Assi Das ist der Assi Richtig Assi Dein Gesicht wurde geleakt Lieber Ben Es gibt mittlerweile 50 Unterschiedliche Gesichtsleaks von mir Wo Leute behaupten Dass ich das sei Und meistens ist immer Dieses Video von The One Many Wo die Facecam ausgegangen ist Wenn's das Video ist Na dann viel Spaß Chapeau Drück mal Tab Was passiert bei Tab Jetzt traue ich mich Wenn wir Tab drücken Jetzt will ich nicht Mal Tab drücken Wen dir Jetzt traue ich mich nicht Jetzt will ich nicht mehr Dann drück doch du Tab Ja Ey Leute Ich freue mich auf die nächste Mission Weil ich kenne die Und die ist Also ich kenne die ersten drei Missionen Die kenne ich Die habe ich schon mal gespielt Aber die zweite Ist fast schon meine Favourite Wie geht's euch so Fragt Luca im Chat Ey Ist ja ein bisschen da In Miami ist immer da So geht ja sechs mäßig Glaube ich Ist das die Ja das ist das Ist das Miami Formel 1 Ist das das Oh jetzt habe ich keine Vorbereitung getroffen Na ja Wird schon passen Oh nein Ich habe irgendwo drauf gedrückt Na warte Warte Ich mache nochmal neu Planung Outfit Ich werde jetzt mal Outfit gucken So das hier Florida Outfit Oder war das Ja doch Florida Passt Eingang Event Klavierseiten Ich nehme aber glaube ich Was ist das Ein Fisch Für Nahkampf Ein Fisch mitnehmen Nahkampf Schneeball Ich haue jemanden Mit einem Schneeball ab In Florida Wo es einfach Übelst warm ist Ich nehme Schneeball mit Ey Oder soll ich Ne warte Die Klavierseiten sind schon besser Münze Nehme ich mit Warte Gifte Man kann Gifte auswählen Okay das ist geil Sprengsätze Schau Die Blase Also Blaseente Die blasse Ente Uppala Die blase Ente Ne Die blasse Ente Können wir mit Ne für Sprengsatz Geht das wirklich Geht die einfach in die Luft Weil ich die irgendwo hin tu Fernzünder Sammler Gummienten Ne ich nehme keinen Sprengsatz Da mit Aber ich überlege Tabletten Also das ist ne Betäubung Okay Also wirklich Werkzeuge Dietrich überlege ich sonst Nahkämpfe Also warte Dietrich kann ich auch Mit einpacken Ne In der Planung Okay das wäre mein Zubehör Ich nehme den Dietrich mit Glaube ich Schmuggelobjekt Schau ich mal Ob wir eins mitnehmen Ah wobei ich weiß wo das ist Dann tu mal das hier verstecken Ja die Weapon ne Passt doch Gut Einsatzziel Deine Ziellinie Und rein da Freue ich mich drauf Es gibt einen OP Koffer Boomerang Okay Das ist der Robert Schau Da ist er Der Robert Der Robotikentwickler Robert Das ist Elon Musk In dem Spiel Hab ich das Gefühl Ach ne war meint Ist gar nicht Formel 1 Ist DTM sowas Ist das DTM Ne Oder Ne was sind denn Nochmal diese Autos hier Ist nicht DTM Wie heißen die Karren Mein Gott GP GP oder GP1 GP1 Glaube ich GP oder Ach was weiß ich schon Kriegsfabriken beteiligt Ach Oder Formel E Ne sind aber Stimmt es sind so Ich sind aber So nicht Formel 1 mäßig Le Mans stimmt Le Mans ist das Nicht Formel E Ich weiß nicht Sind das Elektrokarren Im Spiel Ne guck mal Hinten kommt was raus Kein Elektroauto Le Mans ist das Robert Knox Robert ich komme Ich muss Robert und seine Tochter Ausschalten Krass alter Robert und seine Tochter Wird heute ausgeschalten Von mir Höchstpersönlich Mark Rumpe Vielen vielen Dank Ich hab nicht auf Spielen geklickt Super Ich bin wieder super Mit am Start Ich hab mir nur die Dinge gegeben Also Ziel Sierra Knox Und Robert Robert Knox Jack Knox Planen Sie voraus Nutzen Sie alternative Startpunkte Ja das Hätte ich mir vielleicht Überlegen sollen Jetzt starte ich irgendwo Tja wir sind in GTA 6 Leute Willkommen in Miami Dann sind wir In geht der 6 Wo ist die Österreich Flagge Ah da war sie sogar Wandert über das nahgelenkende Messegelände Ok The Kronstad RK Mark III Has seen fierce competition From the Chinese Kaowun heavy industry New racer Moses Lee CEO of Kaowun Has taken a Dominant lead And looks invincible Sierra Knox Will need to risk it All if she wants to win For the third year In a row The stakes are as high As they can get Go sehr geil da freue ich mich drauf das war wie gesagt meine meine lieblingsmission bis jetzt weil die weiter echt viele leute sind und du kannst einfach jeden hier kommen wenn du keinen bock auf die hier hast kannst du einfach so was ich hier zu denen hier und dann hallo ich bin die katrin was ist denn was ist denn etwas falsches gesagt hallo habe ich irgendwas falsches hat gesagt warum er hier wird nicht gefilmt hier wird nicht gefilmt hat der handy ausgepackt ich habe es genau gesehen hallo ich wollte nur sagen ich wollte den leuten vorzeigen wie es hier aussieht weil man kann hier alles was macht die polizei beruflich wissen sie so was das ist halt alles in der kontrolle sollte nicht alle wegrennen eigentlich so weil das ist schon etwas assi was hier abgeht hier also ich habe gerade drei leute umgebracht und die steht um mich herum als das war eigentlich so einen guten eindruck ich sehe die glaube ich bin peter giesel alter die glauben einfach ich bin peter giesel und will hier eine abzocke aufdenken hallo nur zu dem fall ich bin nicht peter giesel ich werde aber trotzdem ich werde trotzdem jetzt frei reinkommen weil das eine abzocke ist hier drin das ist alles abzocke hier peter giesel von ah egal ihr wisst was ich meine deshalb finde ich diese mission sehr lustig so erneutladen wisst ihr was wir spielen jetzt einfach peter giesel gehen da einfach rein und aber du scheiße dass das abzocken oder aber ich sehe mich da schon okay wir mal rein hier irgendwie will ich jetzt auch irgendwann umdreschen lassen wir ganz kurz gucken was ist eigentlich diese diese seite hier nimmt und schon mal die presse einfach hier adrosseln vor ihren augen so hallo ich bin peter giesel ich zeige ihnen dass die dame eine abzockerin ist ich bin peter giesel sie müssen aufpassen wir sind überall abzocker warum treffen die mich ich bin auch hier durch die menschenmenge unrealistisch ich wurde das einzige getroffen der menschenmenge und ich bin auf den knie gegangen jetzt war ich wirklich jetzt war ich wirklich auf legit drück mal tab da passiert nichts bei tab ich habe wirklich für dich gedrückt oder extra für dich jetzt aber wirklich peter giesel kabel 1 achtung abzocke guten tag kann ich das haben warum ich in den gesicht gekommen weil du mir den geben was den zettel mister ich will jetzt hätte ich gern dankeschön event information eben kurz vorträgen peter giesel peter giesel tschuldigung peter giesel hier bittag hallo peter giesel mein name was kostet ein ticket ok dann halt nicht dann gehe ich halt wieder kuck mal wie gern würde ich den grad runter treten ne peter giesel kabel 1 hallo boah der achterhund da ist ja ein gesicht drehen er hat das nicht gesehen sorry peter giesel ich komme hier ok also illegaler gegenstand muss ich den weg machen das heißt ich komme hier so gar nicht rein ist das also entschuldigen sie bitte peter giesel kabel 1 sat 1 keine ahnung muss ja mal durch irgendwie kommt man hier rein ohne dass man gedingst wird weil ich will hier nur rein dass ich hier rein theoretisch welche durch rennen auf die schnelle so oder warte ich denke den kopf ab ich habe eine idee ich denke dann einfach ab das war eine software waffe das war eine software das habt ihr alle gesehen ich habe nichts zum ablenken dabei ja geil ich weiß wo eine ablenkung herkriegen leute da unten war nämlich so ein gitarrenspieler die kann ich noch erinnern dann nehme ich mir einfach paar sachen raus ich brauche kurz eine münze dankeschön haben sie noch ein paar münzen für mich ja gut ich nehme das auch mit ich mir ist das egal wenn ich das komplett egal dann passt das gut dann nehme ich noch schnell die münze mit und dann und das höre ich aber auch nicht ja gut dann lasse ich das doch da ich brauche nicht nur die münze danke jetzt denken wir den kopf da vorne ab mit der münze und dann sollten wir einfach reinkommen hier ist der bag check und wir wollen mit einer waffel reinkommen das heißt wir schmeißen die münze hier hin ach komm wirklich jetzt ist das dein ernst bruder ach komm okay ich muss den irgendwie anders ablenken ich musste da irgendwie wegkriegen ich gebe mal ein bisschen danach vor hinter ihn schmeißen vielleicht jetzt aber komm 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 geh dorthin geh dorthin security geh dahin geh dahin komm 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 ja er geht hin er geht hin also ich raste durch lalalalalalalala oh ich bin drin hey warum warum jagt ist doch alles cool warum schießt er geht es denn gut hallo geht es überhaupt nicht gut warum schießt er auf mich was haben wir gemacht weil ich durch die kontrolle gegangen bin schießt der bruder einfach geil genau weil humor ja sorry ist nicht meine schuld dass der bruder da ausrastet ich mache jetzt aber kalt und die sind jetzt alle mit auf mich das ist schlecht ja aber dass die dass die so ausrasten ich da rein gehe einfach man mit waffe peter gießen mit waffe hat drüber abzocke sind alle abgezockt machen sie ein bisschen platz hier warten sie ach hilfe hier sind viel zu viele waffen ich sterbe gleich ich sterbe gleich wir lassen mich durch spiel mit der waffe das kennen sie ja achte abzocke ich bin genau der mann den sie suchen ich muss hier rein ich muss hier rein ich muss hier rein und ein oh nein das geht ja komplett falsch los hier komme ich hier nichts rein ich bin voll angewundet gerade oh nein oh nein oh nein ich will jetzt nicht sterben wegen den typen hier ich mag alles kaputt aber die npc sind echt doof die checken gar nichts ich bin leer geschossen bin leer geschossen aua meine augen nein warte 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 bruder ich brauche noch ein bisschen ja fight like a man ja komm ich gib dir guck 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 ich dir gib au ich muss doch nochmals peter giesel probieren normal reinzukommen ich ich droppe jetzt meine waffe einfach irgendwo hin passt schon wir kommen da irgendwie rein leute wir kriegen das hin mittlerweile zwei jahre mitglied und fünf jahre am start kennen sie mich noch kurz danke an schockvize kenne ich jetzt gar nicht schockvize ich habe den namen noch nie gelesen bruder danke an schockvize ich schaue mal ob ich meine waffel irgendwie droppen kann kommen wir irgendwie rein employee only ja da ich bin peter giesel probieren gut und wie mache ich das hier weg objekt ach objekt abblinkt y ja gut dann schmeißen wir das einfach hier also wenn ich das hier so mitten in die menge schmeißt interessiert das irgendjemanden hier ich habe die idee wir machen das hier bei dem typen schau mal hier und hier schmeißt jetzt peter giesel seine waffe weg guck so möchte jemand eine waffe kaufen oh nee warte ich habe eine bessere idee oh nein wirklich er hat er hätte mich verpüffen er hätte mich verpüffen aber ich habe eine idee wir schmeißen die waffe rüber wir machen uns das ganz einfach ich schmeiß die waffel einfach über den zaun das geht doch oder rein theoretisch wenn ich die bei der kontrolle runterschmeiße auf die schnelle ach nee dann sehen sie dass ich die aufhebe warte wir kommen ja hier hier muss doch irgendwie die möglichkeit bestehen dass das keine sause guck mal hier drüben ich lege einfach hier die waffe ab schaut mal hier ablegen so dann gehe ich hier rein und dann hole ich mir die waffe da drüben schnell nochmal ja das ist es entschuldige nochmal durchlassen bitte einmal durchlassen bitte hallo ich muss hier durch hä warum hey ich habe doch jetzt mal ja die sind was ist ich habe die fallen ich darf die nicht mehr mal hier vorne fallen lassen und die sagen das ist meine vorhin hat es funktioniert komischerweise da hat sich keiner drüber beschwert dass ich mitten in der menge meine waffen fallen habe lassen die sind irgendwie ganz schön extrem gerade ne dann schmeißt die halt irgendwie weiß nicht in nem busch oder so ne geht ja nicht will ich irgendwer ne waffe kaufen ein bisschen platz machen hier entschuldigung bitte giesel Kabel 1 ein bisschen platz machen ein bisschen platz machen bitte danke ne ich mache das anders ich schaue ob ich hier irgendwie reinkommen sonst oder wir müssen ja nicht in den haupteingang rein ne wir gehen irgendwo hin wo uns keiner sieht so wisst ihr das nehme ich dir weg das hast du nicht gesehen hey das hast du nicht gesehen was mache ich jetzt mit dir genick brechen verkleiden ach ich verkleide mich einfach ich bin der edition redo spieler hab mit dem ganzen hier nichts zu tun was mache ich jetzt mit dem bre hier scheibe ne warte ich hab ne idee warten sie warten sie warten sie ja sie hätten halt nicht schirgen müssen sie hätten nicht warte körper gefunden der ist doch nicht tot der ist doch nur der ist doch nur am schlafen habe ich gedacht ich zieh den mal hier nach hinten guck mal die merken das gar nicht ich zieh den alten sack verbreche einen scheiß hab ich gemacht hallo ich hab da nicht nicht hier drin nein nicht schirgen gehen nicht schirgen gehen oh nein jetzt hat das alle gesehen oder ne 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 oh ne jetzt gucken die alle jetzt gucken die alle jetzt gucken die alle guck wieso guck mal so wie so ein hirsch der auf der straße steht und ein auto nähert sich der und die gucken einfach nur die denken sich nicht so weißt du will ich mir erste hilfe oder so geben oder auch polizei rufen die die gucken einfach die suchen jetzt nach mir äh kann ich mich vielleicht so anziehen wie sie wäre das möglich der herr warten sie mal ich zieh sie da weiter hinten rein dass sie keiner sehen kann ich habe so spaß in dem spiel ok schau mal ach guck die gucken jetzt wieder nach vorne interessiert das gar nicht dass die da oben geschossen wurde da kann ich die aber noch mal runterziehen da ziehe ich die noch mal weg von denen es ist genau mein spiel das ist mein humor guck mal wie die da verbluten liegt alter und jetzt schon weg guck wer keine sau guck dir das an es merkt halt niemand ja ich ziehe die dame nach hinten mit ihrem wunderschönen kleinen zöpfe jetzt aber mittlerweile schau mal es interessiert niemanden guck ich habe ich habe keine suche mehr ich habe die mitten vor den ganzen leuten umgebracht es interessiert niemanden das kannst du dir nicht ausdenken das kannst du dir nicht ausdenken ok jetzt gehen wir ganz normal weiter super da 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 huch da ist ja ein blutfleck wo kommt denn der her hoch wo kommt dieser blutfleck da hinten ja guten tag die dame und herren guten tag guten tag Das ist Ted Mendez. Aha. Willst du das umbringen oder was? Da sind wir uns da verkleiden. Boah, ich hätte schon gerne die Kleidung, die er hat. Hätte ich, aber... Nee, mach ich jetzt nicht. Hallo. Ach so, Entschuldigung. Es sind gerade sehr viele Leute hier in der Gegend. Besser nicht, ich habe zwei Leute vor den anderen umgebracht. Also wenn ich jetzt hier ein Problem habe, dann... Warte, hier hinten ist noch so ein Ding. Parking? Ach, warte, hier unten ist der Parkeingang. Welche die suchen, wenn ich hier reingehe? Nö, ne. Papier interessiert es keinen. Ah, doch, da ist Security. Guten Tag, die Dame. Ich würde gerne ihren Rock anziehen. Wäre das möglich? Oh, ne. Erwischt. Bei was? Bei was wurde ich erwischt? Hä? Wie, wie ich wurde erwischt? Ich wurde auch nicht erwischt. Ich wollte ihn nur gerade, ähm... Egal. Ich wollte, äh... Hallo. Ich brauche so ein Security-Outfit. Ich glaube, ich ziehe... Weißt du was, ich ziehe den Typen da hinten einfach aus. Passt schon. Ich kriege das hin. Ich habe vorhin schon zwei Leute umgenietet und dann wäre ich den hier auch noch schön umnieten. Und da hinten wird es doch keiner merken, oder? Guck mal. Warte, den, den, den hole ich gleich mal weg mit der Münze. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Alles cool. Nein, das hast du nicht gesehen. Du siehst das nicht. Du siehst das nicht. Hallo, du siehst das nicht. Och, kacke, 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 kacke. Ähm. Oh nein, ich bin rausgetappt. Ich bin so blöd. Guten Tag. Guten Tag. Gut, dann. So sollte ich da reinkommen eigentlich, ne? Guten Tag, die Dame. Guten Tag. Ja, Mr. Mendes. Schön, dass ich hier bin, ne? Wirklich schön. Guten Tag. Guten Tag. Ebenfalls. Wir kennen uns ja nicht, ne? Ach, die hat mich ja vorne erkannt, weil die den Punkt oben hatte, ne? Ja, war ich schon. Guten Tag, der... Hi. Hi. Guten Tag. ich bin der General hier. Vielen Dank die Dabo, wir kennen uns ja. Warte, führt die mich? Cool. Nach Kronenstadt geht es hier rechts, Private Presentation, ich glaube da muss ich hin. Ach, sie zeigt mir natürlich den Weg. Ey, wie cool, das ging ja schnell. Aber ey, die haben den 100 Pro gefunden, die Leiche, oder? Die haben sie nicht, sonst hätten sie es angezeigt. Aber wundert mich, ich habe den einfach dort liegen gelassen. Weil wenn dann die rausfinden, dass der General tot ist, dann kann ich mir was andern. Ey, guck mal wer da ist, da ist Nox. Ja, ja, ja. Ja, zeig mir mal alles. Ausweitskarte, fehlt. Ah, ok. Kann ich das da nicht nutzen. Ah, guten Tag. Guten Tag. Sieh ich mich da selber? Oh, cool. Ja, zeig mal. Er möchte halt wirklich so Militärroboter finden, der Bruder. Heftig. Ich drücke jetzt keinen Tab mehr. Ja, Mann. Da kommt 100 Pro mal in der Waffel raus. Äh, die Kamera kann meine Brille nicht sehen. Guck mal, ich habe hier eine Brille und hier rechts nicht. Ja, zeig mal, was kann die Maschine. Ballert er? Oh ja, Ballert er. Ui. Kann ich mir das vorstellen? Okay, aber wenn ich das Ding jetzt so einstelle, dass es halt eben umbringt, dann ähm, ähm, Ausweitskarte, ja. Ah, hier. Das heißt, wenn ich jetzt. Ja, 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 ich verstehe schon. Ich äh, kann ich ein Bild von ihm haben? Geht das? Also. Nehmen wir alle. Jetzt scanne ich das hier ein. Das heißt, Bild. Ziel. Okay, nehme ich das hier. Ja, ich nehme einfach ein Bild. Genau. Kann ich das Ding irgendwie machen, dass ich trotzdem ihn abwarte? Oh! Oh, das ist knapp. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich old-fashioned. Ich mag immer den menschlichen Touch. Du bist Teil einer alten Institution und du möchtest den traditionellen Anspruch. Ich respekt das. Aber wenn du es magst oder nicht, das ist das Zukunft, was du schauen willst. Da habe ich doch mal ne Dings hier rein. Okay, mich hat er nicht abgeknallt. Das heißt, wenn ich ein Bild von ihm kriege? Ballert er ihn ab? Oh, warte, was ist hier? Objekt verbergen. Ne, das will ich nicht. Vielleicht finde ich ein Bild von ihm. Dann ballert er seine eigene Maschine hin ab. Das wäre doch richtig lustig. Gut, dann gehen wir mal mit mit ihm. Als Fake. Und keiner checkt es. Ich hoffe, das checkt keiner. Ne. Ich kriege hier gerade alles raus über diese Dinger. Guck, was da ist. Guck, was da ist. Geil. Das heißt, wir können, wir können ihn jetzt. Wir können ihn jetzt dazu bringen, dass er den umbringt. Ist das funny. Aber ich weiß nicht, ob er da nochmal hingeht. Oh, um eine Vorführung zu bitten. Ja. Ja. Das wird so geil. Jetzt wird einfach umgeschossen, das wird so lustig. Und... Ey, aber... Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Mission schon mal gespielt, ne? Und... Ja, komm, geh. Entschuldigung. Wow. Ne, und äh... Wie gesagt, immer wenn du irgendwas anders machst, kriegst du auch eine andere Mission, weil ich hier das alles kenne ich noch gar nicht. Ist das funny. Jetzt leg mal gleich so ein Bildkärtchen da rein. Ach, wird das schön. Ah. Ja, natürlich können wir es skippen. Aufnahme von Robert Knox. Ja, geh doch mal vor. Wie das lustig. Pallas ist mit extrem advanced facial recognition systems, capable of complex skin texture analysis. Komm, geh. 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 Geh, komm. Jetzt ist es lustig. Oh, shit. Oh. Oh. Oh mein Gott. Wie konnte denn das denn passieren? Oh. Oh ne, das will ich nicht. Oh, wie konnte denn das denn passieren? Oh nein. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ich weiß nicht, wie das gerade... Habt ihr das gerade auch alle gesehen? Huch. Tja, hat die Technik doch nicht so ganz funktioniert. Dann gehen wir mal wieder, ne? Das ist aber sehr komisch. Das ist wirklich sehr komisch. Habt ihr das gerade gesehen? Uiuiui. Wie konnte sowas passieren? Ah, ist das falsch. Vor allem keiner hinterfragt, ne? Ich geh da einfach... Darf ich hier hingehen? Private Property? Ja, geht, ne? Ich darf hier... Geil, mit dem Anzug kann ich überall lang gehen, ohne dass ich ein Problem kriege. Vielleicht muss ich nur noch die Damen befinden und dann wird's lustig, Leute. Dann geht's ab, sag ich euch. Mit dem Outfit bin ich überall dabei. Darf ich hier rein? Darf ich hier? Ah, nein. Unbefugtes Betreten, dann gehen wir mal lieber nicht rein. Wollen wir ja unsere Tarnung nicht auffliegen lassen. Employee Private... Ja, gehen wir mal hier. Ich muss hier irgendwie raussuchen. Ich muss die Damen befinden. Geh da mal von oben runter. Das ist eine lange Geschichte. Ah, guck! Ich frag mich, woher denn... Ich wollte... Guck dir das an! Wie so'n Fisch, der da rumpackt. Tja, passiert, ne? Passiert. Warum ist das so funny, Alter? Warum ist das so funny, ey? Muss ich nur noch wirklich sie finden. Aber wo komm ich hier wieder raus? Hier ist, äh... Ne, hier komm ich nicht. Niemand hier kennt mein Gesicht. Das ist die perfekte Verkleidung gewesen. Die checken alle nicht, dass ich der Fake-Typ ist. Dann komm ich von der anderen Seite vielleicht rein, oder? Geht das? Ne, hier ist VIP. Von hier komm ich. Aber ich weiß noch, ich komm von hier irgendwie... aus dem Bereich wieder raus. Hier, Private Presentation. Geht hier. Da sind wir hier rechts gegangen. Ich geh mal hier vorne. In den West Wing... Virginia, keine Ahnung. Müsste doch irgendwie... Haben wir jetzt mal unseren Charter-Sektor in der Arbeiter-Warte? Ich stehe noch nicht dran. Ja, ich stehe noch nicht dran. Konferenzraum. Ich glaube, hier geht's runter. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. El Campino, Dankeschön. Guten Abend. Ist meine erste Spende. Dankeschön. Vielen Dank. Bist du cool, Schreibta. Das freut mich sehr. Also jetzt in die Park... Irgendes hier Parking. Als ich hier reingehe, komme ich... Warte, hier komme ich doch irgendwo. Fountain View. Geil. Und Dr. Pop? Kann ich mir eine Münze... Oh, ich habe keine Münze mehr. Ich brauche einen Dr. Pop. Okay. Wie komme ich rein? Hier ist Exit. Nee, ich weiß noch... Irgendwie über den... Über den Bereich. Hier. Glaube ich... Stand Section. Hier muss ich reinkommen. Das Müsse hier sogar war das hier. Ja, hier. Exit. Ich glaube, ich bin schon da. Nee, ich bin falsch. Äh... Dann muss ich nochmal hier. Wir kommen komplett falsch gerade. Exit? Parking? Was denn hier passiert? Was denn? Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Was für ein Schlüssel? Und jetzt? Was ist euch denn damit? Ja, habe ich. Ja, mit Ihnen geben, ja. Oh Mann, you're a real life save. I thank you. Ja, kein Problem. Hier habe ich das Gefühl, der sprengt mit dem Schlüssel gleich alles hoch. Stand Section. Hier müssen wir hoch. Stand Check... Stand Section 01 bis 168. Wir müssen jetzt zu der Damen und die ist im... Oh nein, da muss ich mit Dietrich ran. Aber hoffentlich checkt das keiner. Gut. Der Dietrich hat sich schon mal ausgezahlt, Leute. Wir kommen rein. Ohne, dass wir vorne hin müssen. Und wir sind drin. Guckt euch das mal an, hier. VIP Section. VIP Access müsste ich eigentlich reinkommen, ne? Oh, ich habe keinen VIP Pass. Ja, dann lasse ich mich doch nicht rein. Ey, wenn der wüsste, wer ich bin. Wissen Sie, wer ich bin? Aber ich würde schon gerne in den VIP Red Bull Bereich kommen. Guck mal, das ist das Red Bull Haus. Das ist doch das Red Bull Haus. Die ganzen coole Leute sind, wo ich nicht reinkomme. Hat der irgendwer hier in meinen VIP Pass oder so hingelegt? Ah, hier ist das Rennen, ja. Oh, hier ist das Rennen, ja. Oh. Wir kommen so. Nio. Jetzt aber langsam. Das ist schneller. Rotes Auto. Wo, 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 rotes Auto, wo? Das heißt, oh ne, ich muss ja irgendwie. Wo ist hier die Österreich Flagge? Deutschland ist da, Deutschland. Ja. Deutschland. Entschuldigung, ich muss hier durch. Hier vorne ist läuft die Österreich Flagge, oder? Ne. Ach nö, das ist nicht die Österreich Flagge. Ach komm. Europa Flagge, auch nicht schlecht. Ja, super. Wo sind hier, ich suche die österreichische Flagge. Warum wird die so viel weniger spielen? Ach nö. Wir haben alle Flaggen und die Österreich nicht. Sind wir so unglaublich unbeliebt, dass wir in kein Spiel sind. Ich bin auch in Clash of Clans, hast du die Österreich Flagge nicht. Hast du gefühlt jede Flagge. Ja, ich muss in diesen VIP-Bereich rein. Ich komm da irgendwie rein so. Ich brauch nur irgendwie so einen VIP-Pass muss ich mir suchen. Ich krieg den irgendwo her. Ich krieg den noch irgendwann den VIP-Pass, das sag ich euch. Was ist mit der Huch? Was ist mit der Huch? Oh, kann ich Pommes haben, bitte? Kann ich bitte Pommes haben? Entschuldigung, die Damenchen haben keine Pommes. Bitte lassen Sie mich die Pommes haben. Sie stehen mir am Weg. Ach, ist die nervig. Oh, kann ich die Würstel haben? Wie? Ja, greif einfach rein und nimm dir die Pommes. Kannst du bitte weggehen? Hallo? Hallo? Ich möchte diese Pommes haben. Ach komm, weißt du was? Geht dir nix. Das geht so gar nicht. Also VIP, Meet the Drivers. Ach, hier. Krieg ich hier VIP-Tickets? Meet the Drivers. Kann ich mich hier anstellen? Hallo? Ich bin der größter Fan. Ich bin der größter Fan. Nein, können Sie nicht, aber ich nehme hier die Aufnahme hier. Weil dann kann ich die auch nochmal damit abballern. So, da la. Für was kann ich die Schere benutzen? Ich habe VIP passiert. Was ist das? Aha, das Foto brauche ich nicht. Ja, was soll ich denn machen? Reg dich woanders auf. Geh weg. Geh mal aus dem Gesicht. Ich will den Autogramm. Ich bin der größter Fan. Geh doch einfach. Ich raste gleich aus hier. Ich soll von dir weg. Die Leute wollen ein Autogramm haben. Entschuldigung, kann ich ein Autogramm haben, bitte? Ich will ein Autogramm haben. Kann ich dir helfen? Ach, weißt du was? Leck mich doch einfach. Ich kriege halt kein Autogramm von dir. Vergiften? Nee, ich... Ey, warte mal. Ey, warte mal. Die kommt hier hin. Meet the Driver, die kommt hier hin. Ey, 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 warte, warte, warte. Das heißt, ich habe hier... Die kommt hier hin. Die Fahrerin. Jetzt kommt gleich das letzte Rennen. Dann setze sie sich hier hin und dann kann ich die mitnehmen. Ich gehe doch nicht dort nach unten mit meinem Outfit und gebe mich hier als... Ich warte einfach. Hier hol mir Merchandise. Machst du mir einen schönen Abend? Ja. Ja. Ja, ja. Okay, super. Das ist perfekt. Dann warten wir hier auf sie und dann... Hier sind immer Gesichter von ihr für 15 Dollar. Schön. Hier hol mir ein bisschen Merchandise. Schön, kann ich hier ein Foto machen. Ein Foto bitte. Guck! Sehe ich gut aus? Ob ich gut aussehe. Noch eins bitte. Noch eins. Okay, dann halt nicht. Was gibt es hier? Ah, Flamingo. Flamingo-Foto gibt es hier. Entschuldigung. Dankeschön, bitte durch. Seien wir durch. Flamingo-Foto nehmen? Nee. Die Tränkedose. Die nehme ich. Die nehme ich sehr gerne sogar. Ich will in diesen VIP-Bereich... Entweder die geht jetzt in den VIP-Bereich rein... oder sie kommt jetzt hier hin. Wobei ich eher glaube, sie wird jetzt hier kommen... Weil hier steht... Meet the Drivers. Und sie ist jetzt gerade fertig. Werden überhaupt gewonnen? Ich schmeiß mal die hier einfach so rein. Aber eingeschmissen. Weil ich sehe sie ja eher auf dem Radar, oder? Wo sie gerade ist. Sehe ich das hier nicht? Hier hinten ist sie irgendwo. Ja, ich geh mal in die Richtung. Die wird hier irgendwo... Die wird 100 pro VIP sein. Aber ich weiß nicht, wo ich diesen Pass herkriege. Ich muss irgendwie in den VIP-Bereich rein, dass ich zu der komme. Außer sie gibt später Autogrammstunde. Dann komme ich zu ihr. Ja, die ist da hinten. Ja, die ist im VIP-Bereich. Ich habe es doch gesagt, oder? Kann ich hier rein? Bin ich gerade im... Oh nein. Der kennt mich, der kennt mich, der kennt mich, der kennt mich, der kennt mich. Oh ne, ich darf hier gar nicht sein. Oh, nö. Oh ne, oh ne, oh ne, die kennt mich, die kennt mich, die kennt mich. Oh, da ist sie, da ist sie. Und ich habe es verkackt. Ich habe es irgendwie verkackt. Das war eh klar. So. Ähm. Ich gehe mal hier ein bisschen unter hier in der Ecke. Aber jetzt sage ich, wo sie jetzt sind? Im VIP-Bereich. Ich bin auch im VIP-Bereich. Cool. Das sind die ganzen coolen Leute gerade. Guck. Ich gehe mal hier ein bisschen unter. Ich mich bestand mal um die Leute. Ja, äh. Ja, äh. Ja, äh. Schönen Tag. Und. Ja, toll. Der Popo gejuckt. Ich war heute richtig durchfallen. Und da brennt jetzt. Ja, und äh. Da habe ich mit meinen Freunden heute Schach gespielt. Ich hatte heute zweimal Schach matt. Geil. Super. Er sucht sie mir nicht mehr. Weil die hat mich erkannt, dass ich es nicht bin irgendwie. Da, guttack, 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 guttack. Kenn uns alle nicht. Dankeschön. Ah, der kennt mich, der kennt mich, der kennt mich. Ah, warum kennt der mich? Woher weiß er, dass ich der Falsche bin? Ah! Geh weg. Der weiß es. Der weiß, dass ich der Falsche bin. Ich muss jetzt irgendwie gucken. Dadurch, dass sie mich kennt, muss ich mein Outfit wechseln. Weil sonst komme ich nicht an sie ran. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss irgendwie zu ihr. er kann mal so ein sushi haben oder so was wissen das ist falsch mit den mädels in dem spiel warum sind ja so mädchen ach so tschuldigung hier oben ich bin zwar schon wieder bereich aber jetzt komme ich wieder nicht zu der was ist ein bisschen wieder bereich und komme nicht mehr raus guck mal hier ist das red bull zentrum ist hier hier ist die red bull zone oder das coole influenza reinkommst hallo ein bierchen weil sie sich hier einmal ein bier zwischen also vergiften der wip bereich ja viel mehr ab hier guckt gericht dass hier hier der bereich einfach ab drivers lounge bei jenny komme ich hier rein oha geht es hier hin weil was lounge kräfte sich die ganzen fahrer später hier war ich nämlich wirklich klub die pion hier oben draußen jemand der mich kennt so er muss nur gucken dass ich erwarte hier sind die auch gesagt nicht hier ist die strecke da hätte ich sie von hier hätte ich sie holen können okay ja ich schaue mal drüber ob ich das würde mich kennt aber der kennt mich der kennt mich der kennt mich erkennt mich aus ford night erkennt man ford night skin erkennt einfach mal vor als kinder kennt meinen ford als kinder ist irgendwie ja hier der kennt auch mein wort als kinder links und kenne mich alles kann doch eigentlich sein ist nicht kennen alle weg hier glaubt ist jetzt weiter hinten aber ich komme da nicht hin außer ich gehe die runde ich mache die runde von idee mit ich lege das ab oh oh muss der jetzt hin ne ah der hat mich gesehen das ist schlecht ich weiß nicht wie ich dort hinkommen warum ist jetzt aber da hinten die ist da hinten und ich muss ich muss sie irgendwie oh ne wirklich schnell um um k.o. schlagen jetzt verkleiden schnell schnell verkleidung und jetzt geht es los ok leute ich habe es gerade noch irgendwie geschafft mit sehr viel aufwand dass ich mich jetzt auch nochmal verkleiden konnte da geht sie 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 und jetzt werde ich sie noch silent umbringen ohne hinter mir ohne ohne die kennt mich 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 der eine so macht man das hupsi was ist denn da gerade passiert huch 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 was ist denn da gerade passiert tja leute so schön geht es oh ne der kennt mich der kennt mich der kennt mich unter die leute mischen unter die leute mischen ich werde verdächtig ich habe nichts damit zu tun so ich gehe raus ich habe es geschafft es war jetzt ein sehr unimposanter kill aber er funktioniert und solange er funktioniert ist ja super solange es funktioniert funktioniert es ja ne ja easy oh der kennt mich auch unter die leute mischen hallo ja ich wünschte ich bin schon seit 25 jahren in diesem aus oh ja der kennt mich fort als genau super alles klar ich habe gerade wirklich geschafft obwohl ich diese einen leute da ganz am anfang umgebracht habe da einfach durchzukommen krass ne ich habe ganz am anfang die zweiter umgenietet jetzt wieder mal gucken ob ich jetzt ein autogramm von denen bekommen oder ob jetzt mehr leute diese die selbe steht ja immer noch da du stehst halt immer noch da ich bringe die jetzt um ist das sowas von egal ich bringe die sowas von noch um aber sonst komme ich hier nicht mehr raus ne wenn ich hier vor allen leuten sie jetzt einfach aber ey warte habe ich irgendwas dabei wo ich die umnieten könnte oder hast du das irgendwie merkt ne ne das ist blöd die würde ich so gerne die sitzt schon den ganzen Tag da aber ich habe ne Idee ich nehme sie durch die Getränkdose und bewerfe sie damit oh nein oh nein oh nein 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 ey nein 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 ich muss hier weg ich muss hier weg nein 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 das darf jetzt nicht schief gehen das darf jetzt nicht schief gehen nein wegen der Dose wegen der Dose ich war fast draußen ich nein ich war fast draußen alter wegen der Drecksdose das kannst du keinem erklären ey aber jetzt darf ich sie nochmal umbringen wegen der blöden Dose weißt du aber egal ich bringe sie das halt nochmal um ich mein jetzt genau dasselbe was ich vorgemacht habe es ist genau mein Humor das Ding es ist halt genau mein Humor Leute wegen der Dose aufgeflogen und davor alle Leute einfach umgebracht ey das lenkt doch ab ja sicher lenkt das ab Entschuldigung meine Waffe die hängt da bissl oh nee das war ne schlechte Idee Entschuldigung da ist irgendwo aus dem Fußraum das passt nicht oh kacke das ist jetzt wirklich kacke das ist aber wirklich kacke jetzt suche die mich nein ich muss ich muss irgendwie ein umbringen das ich mein Outfit ändern kann Entschuldigung bitte achso warte sie haben ein Damenoutfit das kann ich nicht tragen aber er hier ich glaub das Outfit kann ich ganz gut Entschuldigung achso achso ich hab damit nichts zu tun ich hab damit also ich dachte ich kann das Outfit tragen kann ich ihr Outfit tragen muss von irgendjemandem das Outfit ja muss ich halt ein bisschen durchprobieren hier bei wem kann ich das Outfit tragen oh warten sie mal ganz kurz ja ich hab leider keine Munition mehr wissen sie ich müsste ganz schön ein Outfit finden naja jetzt das war's ich ich lade nochmal von euch ey dass ich das so schnell verkacken kann ne aber die hatte die hat irgendwie grad das ähm Ding nicht interessiert warum auch immer die wollte nicht ja soviel dazu gut dann wollen wir nochmal von neu weil ich grad ne Idee habe wir schießen einfach von hinten wo steht da suche auch da ist ja eh ein Ausgang das Beispiel achso der ist geschlossen super jetzt hab ich wieder das nächste Problem ne kann ich mir schnell die Outfit ziehen bitte 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 ja schnell verkleiden super ah ist das schön ich bin verkleidet und jetzt schnell raus Leute schnell weg von hier schnell weg bevor das jetzt wieder in nem riesen riesen Ding wo sich zieht hier hab ich gar keinen bock drauf alter guttack guttack das ist unbefugtes betreten ja 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 passt schon passt schon gut erwischt ich wurde erwischt jetzt geh ich aber wirklich nur noch raus jetzt äh das bringt sich nichts jetzt jemanden wegen seinem darf ich das sein ja unbefugtes betreten machen wir lieber nicht excuse me excuse me bitte ganz schnell jetzt steht der Marschall der Race Marschall muss durch hab grade paar Leute gekillt ich musste ganz schön durch ach schau da gehen noch 10 genio das ist der Stutenberger Räume da ist wieder der der mich kennt der kennt mein Fortnite Skin wieder auswendig der kennt mein Fortnite Skin wieder auswendig der kennt mein bei der Skinsammlung das ist uncool jetzt muss aber doch irgendwie funktionieren das wir der alten irgendwas auf die auf auf den Putz hauen können weil die mir so auf den Pop ist gegangen wie es wollen schau mal da ist sie wieder schau tschüss tschüss wieder die dieselbe das muss doch klappen dass man das nicht sieht vom Weiten oder das sind wir uns ganz ehrlich das muss das muss funktionieren wenn ich da ganz schön wegrenne merkt das doch keine Sau oder ganz schön ganz schön ganz schön ganz schön ganz schön oh nein ach so ah passt zum Glück zum Glück Leute ich habe es noch geschafft sie die Dose auf die Fresse bekommen Guck sie dir an Huch Huch, wer liegt da am Boden Weil sie eine Dose auf den Kopf bekommen hat Verdient So verdient, jetzt bin ich aber raus Ich hab die Mission auch immer mit einem Häkchen abgeschlossen, Leute, mit einem Häkchen Weil ich die alle, die mal vorher auf den Pust gegangen ist Aber dann liegt der da unten eigentlich noch, unser Bruder Denen geht's wieder gut Guck Ich hab ne Idee, was ich noch für ihn mache Ich nimm sein Geld und schmeiß es dann wieder für ihn rein Achso, ich hab das Geld schon genommen War ich noch ne Münze dabei? Nö, okay, ja dann nicht Das ist meine Verkleidung von vorhin, ne? Da kann ich mein Outfit wieder anziehen, was ich vorhin hatte Ja, was denn? Verbrechen wurde bemerkt, weil ich mich umgezogen hab in der Öffentlichkeit Wow, krass Schlimm Ich geh nach draußen, händen mich mal alle Verbrechen wurde Bemerkt Einen Scheiß wurde bemerkt Raus da Geschafft Leute, easy Der Allerechte, guck Peter Giesel Auf Testo Das ist einfach Peter Giesel auf Testo, Bruder Ist das schön Servus, äh, erneut Falls du unbefügtes Bereich bist oder illegale Waffen trägst, da kennt dich jeder Okay, muss ich aufpassen Da muss ich auf Zukunft aufpassen Weiter geht's Wir haben ohne Walter So, Walter-Verschnitt haben wir grad freigeschalten Bootsverleih haben wir freigeschalten, schön Vielen, vielen Dank an Remo Nochmal, Dankeschön El Cambino, Nico und Race Force sind alle VIP geworden, Dankeschön Und Nico, 1,880, Servus, was geht, Grüße aus der Obersteinmark, ganz schön zurück Oh, das ist ein UFO Ah, nee, doch nicht, sah nur so aus Ah, fick, aber ein UFO Der Polizist sagt Papiere und ich sagt Schere, habe ich dann gewonnen Naja, eigentlich schon, ja, wenn man es so nimmt Matthias und Kowski, moin, alles gut bei dir Hitman ist einer der besten Games, hab es damals schon, äh, was Hab es damals schon, ist, gezogener Steht hier so drin Hab es damals schon, ist, gezogener Dankeschön Da weiß ich auf jeden Fall, um was es grad geht Oh, Dankeschön, Matthias Vielen Dank, weil ich muss immer runterscrollen Mittlerweile, das haben wir vorgelesen, ja Äh, vielen Dankeschön für das Resum auch MDGamer, 20 Dank für 2 Euro, Röntgen auch Vielen, vielen Dank Dann hab ich erst vorgelesen, ne Das YouTube der Weltfunktion 1.2-Fan Vielen Dank auch dafür Ja, vielen Dank Warte, moin, hab ich moin Meister schon vorgelesen, hier Jetzt hab ich mal vorgelesen, ja Haben wir vorgelesen, mit einer Ich glaube, jetzt geht es ins Kartell oder so, irgendwie, ne Die nächste Mission Der Mr. Cobb Militärtraining, ja, da müssen wir uns da wieder anlegen, ne Schau, RLO 3.0 Die Bohrinsel im Hintergrund Wohnt der jetzt auf der OEM oder ist das, wo wir das Kartell sauber machen müssen? Da müssen wir mal gucken Äh, Nils, Jenny, Dankeschön fürs, äh, Mitgliedschafts, äh, Verschenken Dankeschön An Bing Chilling wurde es verschenkt Wie ist das Game? Empfehlenswert auf jeden Fall Ist ja auch schon älter 2.18 ist rausgekommen, glaube ich 2.18, 2.19 war Release Gibt ja Hitman 3, das werden wir uns dann auch mal holen Ich glaube, ich hab's schon, ich muss es nur noch installieren Oh, ist die nett Zentraleuropa, wo sind wir denn gerade? Wo sind wir denn gerade? Zentraleuropa Muss nur der Forst in Österreich sein, oder? Österreich ist ja in sehr zentralen Europa Zentral, Zentral Was ist eigentlich die Mitte von Europa? Österreich? Österreich schon zentral? Sehr mittig, ne? Er wird nicht wunderschönen Nur holt mich rein, das ist Wichtig, ich brauche den Weg Was sind wir denn? Ich würde übelst gar nicht wissen, wo wir jetzt gerade sind Ah, nee Das könnte Ist das, ist das Ukraine? Von der Schrift her? Fortsetzen, das ist Drei Dreiköpfige Schlange Was war das nochmal für eine Mission? Ich weiß das gerade gar nicht mehr Aber wir tun mal fortsetzen Wir setzen mal fort Planung Ich nehme das mit, das Ah, hier Das ist ein Dorf Okay Ey, so sieht Ukraine nicht aus Ist das, das ist auch nicht zentralen Europa, oder? Keine Ahnung, wo wir da hinkommen Münz habe ich dabei Zwangloser Tourist Ich glaube, ich werde mich als Clown verkleiden Und, äh, nee Ich mag das Outfit hier Ich finde das, das Outfit hier ist richtig geil Dieses elegante Outfit Schmuggelobjekte Nehme ich was mit? Die Dorfbaustelle Nee, brauchen wir nicht Ja, ich glaube, das reicht auch so Oder was ich dabei habe Mehr Muni wäre halt mal nice Muss ich euch ehrlich sagen Mal spielen, ab geht's Tschechien mit der EU Stimmt, Tschechien könnte es sein Tschechien Nee, weil das denn Schau mal, das hier sieht sehr tropisch irgendwie aus Hä, warum sind wir jetzt in Kolumbien? Ich dachte, wir sind gerade Mitteleuropa Stand unten Ich sag doch, es sieht sehr tropisch aus Mittelkolumbien einfach Schau, Kartell Wir sind heute wieder in der Kartellmission Weil nach der Mission weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht Die habe ich einmal durchgezogen Und die ist sehr schwer, ne Die ist wirklich schwer Ah, die Kokafelder, ja, ja Das Kartell Ob die viele Büsche auf dem Grundstück haben? Auf dem Grundstück auf dem Grundstück Auf dem Grundstück Jetzt rein aus Respekt nicht Nö Alles alles, alles okay, alles okay Na, 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 na Alles cool, alles cool Ja, da, 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 alles okay, alles okay, alles cool, alles cool. Na, da hinten, alles ist, alles entspannt. Hier, nicht weglaufen. Ist alles entspannt. Ah, nee, das Kartell, nein, nicht. Die kommen aus den Büschen. Die kommen aus den Büschen. Ich nehme mal die Tür zu. Ach, die geht nicht zu, weil der Kopf hängt. Ne, warte mal euch. Ne, mich hat die, sorry, mich hat die Dame nur gerade so angepisst in dem Laden. Das musste sein. In dem Spiel kannst du übelst krank deine Aggression ablassen. Das ist echt lustig. Ne, weißt du, einfach get out of my face. So richtig asozial. Ich bin gerade in den Laden gekommen. Guten Tag. Hör ich den ja offen. Kann ich hier irgendwo was klauen? Guten Tag. Alles cool. Erwischt. Bei was? Ich habe nur was geklaut. Ja, Senor. Kann ich hier was kaufen hier drin? Oh, Schau, Ratten giften mich mit. Das ist super. Spaghetti-Soße? Die Dame, Spaghetti-Soße. Hey, was denn? Was denn? Entschuldigung. Es tut mir übelst leid, dass irgendwas passiert. Ich... Oh, ne. Der holt jetzt das Kartell. Oh, nein. Okay, Passa. Es tut mir leid. Ey, wollt ihr Spaghetti zubereiten? Okay, jetzt sind sie schon mal abgelenkt. Das ist ja mal schon super. Oh, nein. Beginn den Kampf. Entschuldigung. Können sie bitte ein bisschen Abstand lassen? Ich muss jetzt hier gleich in ihrer Brotabteilung nämlich eine Waffe zücken. Kann ich ihre Sachen anziehen? Ja, sie haben Platz machen müssen. Tut mir leid. Ah, was ist das Kartell? Wir nehmen die Waffe. Ne, ich... Wir müssen mich kurz verkleiden. Wissen sie, es geht ja darum. Die sind da hinten. Die sind da hinten sind sie. Was? Hat man alles gesehen? Auf Kamera. So. Ab geht die Luzi. Ging ja schneller als erwartet, Leute. Ah, hab ich Spaß in dem Spiel. So. Gehen wir mal da rein. Ding Dong. Ich bin's. Die Katrin. Mach da auf. Mach da auf jetzt. Hat er gesagt, you can't come in here oder you can't come in here? Gut, dann halt nochmal klopfen. Klopf, klopf. Ich bin's. Die Katrin. Ich verkaufe... Ich verkaufe Kekse. So, machen wir mal auf die Tür, oder? Ähm. Oder auch nicht. Pfff. Pfff. Sorry. Hahaha. Hahaha. Wie das Türchen aufging und er einfach Headshot ergassiert hat. Das ist so schön. Es ist so schön, Leute. Und hier sind überall Büsche. Ich halte grad das komplette Kartell aus. Das macht echt Spaß. So. Wir verkleiden uns mal, ne? Ey. Du musst mal gucken da draußen. Da hat jemand rumgeschossen. Ich hab schon geguckt hier. Da draußen geht's richtig ab, Jungs. Ihr müsst mal gucken. Da draußen stimmt was nicht, Jungs. Also irgendwas schießt da richtig hart um sich. Müsst ihr mal schauen. Ich bin eh schon auf Bereitschaft, Jungs. Schaut mal nach vorne. Ich würd mal nach vorne gucken. Da liegen nämlich ein paar von uns. Haha. Ein paar nur. So zwei, drei. Weiß er nicht. So. Wo gehen wir jetzt lang? Also. Ich würd mal sagen. Wir gehen gleich mal der Nase nach. Es sind aber viele, die so. Oh nee. Die erkennen mich alle, ne? Ja. Kartell kennt sich untereinander. Ach nein. Ah. Ich komm hier nirgends hin. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Aber hier komm ich lang. Hä, was ist? Was ist mit Pimmel? Ich hab grad was über Pimmel gehört. Mach der gerade Pimmelgespräche? Mein Pimmel ist zwischen 6 und 50 cm. Delgado, ihr habt ihr reden was über Pimmel gelabert oder? Ja. Ja, ja, ja. Macht weitere Pimmelgespräche. Ich merke schon, wenn ich da hin komme, rede keinfach über Pimmel. Schauen wir mal. Die müssen doch hier irgendwo... Irgendwo hier muss ja jemand sein, ne? Haben wir den Ball hier mit. Den können wir heute noch gebrauchen. Ist der Ball eigentlich... Ah, da geht einer. Ich brauche. Oh, ich liebe diese Fotos. Riko und die Hippo, wenn er sich umgekehrt hat, er steckt auf den Pimmel. Okay. Da geht ein Ziel rum, was ich umbringen muss. Entweder ist das wieder unter... Ich weiß doch, das war ganz schlimm, weil unter mir war ein riesen Keller, wo ich rein musste. Ich weiß nicht mal, wo der genau war. Ist das hier irgendwo in der Ecke? Hör doch auf zur Lava. Ich suche... Oh, die haben ein Auto! Was ein Flex! Alter, die haben hier ein Auto drin stehen. Ist das Flexi. Das ist immer ein richtiges Kartell hier. Die haben einfach ein Auto drin stehen. Die müssen doch hier jetzt irgendwo sein, ne? Weil ein Theopraktisch... Ich glaube, da vorne. Ich glaube, ich krieg die Person. Oh ja. Oder? Ne. Hey, warum habt ihr so einen großen... Warum habt ihr so einen großen Keller? Das ist ein Weinkeller hier. Ist alles riesig. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Oder ist das oben auf dem Dach? Wir haben... Wir haben noch ein zweites Stockwerk, ne? Wir nehmen sie oben auf dem Dach, sag ich mal hoch. Ja, geht ja nicht anders. Hoch aufs Dach! Mit meinem Ball! Hier ist er! Guck! Oh ne, ich werde verdächtigt! Ich werde verdächtigt! Oh nein! Ey, ich war doch grad da! Soll ich sonst die Hausform bringen? Ich hab ne Idee, Leute. Ich komm ja nicht runter! Ah doch! Wenn ich ihn schnell um... Ah ja, ich kann ja Steuerung drücken, an sich eh wo er ist! Mein Gott! Ich bin ein Blödel! Kann ich ihn einfach umbringen? Geil! Einfach so geil! Ich bin, Leute, ich bin so flink mit dem Schießen! Du kriegst ja voll easy alles hin! Das ist ja voll einfach! Man muss so ein bisschen schieße, schieße machen und dann geht eh alles von selber! Aber... Die checken das ja nicht, wo der Schuss herkommt! Der kann ja von irgendwo kommen! Einfach so ein Sniper, weißt du! Einfach so ein Sniper! Ach nö! Muss ich da mit reinkommen! Hallo! Ich bin's! Die Katrin! Ich muss hier leider mit rein! Oh ne! Da kennt mich jemand! Oh! Da kennt mich zwei! Ich geh mal in den Feldern unter! Der ist da drin! Die sehen mich hier drin nicht! Ach, zum Glück sehen die mich nicht! Wenn ich da... Oh ne! Der sieht mich! Muss den umbringen! Hier drin! Den hier! Und ich muss schauen... Ey, wenn ich da rein schieße, das wär's doch! Ich... Ich bin grad... Leute, ich bin grad in Kukafeld drin! Ich bin grad mitten in der Plantage! Aha! Ja, er ist schon... Oh, er geht da hinten lang! Aha! Ich bin's! Die Katrin! Hallo! Boah, ist das easy! Einfach mittendrin hab ich ihn da umgeschossen! Sonst interessiert keinen! Ist das schön, Leute! Also das ist ja richtig einfach! Ich hab's dir viel schwieriger vorgestellt! Also... Es... Es war auch schwieriger letztes Mal! Da hab ich's nicht so easy gemacht! Hab mich halt aufgeflogen! Diesmal flieg ich gar nicht auf! Komischerweise! Okay, wo ist denn der letzte Bray? Wo ist irgendwie der... Ah, da vorne irgendwo, ne? Geh mal da mal hin! Auf entspannt! Mach mal Ausflug! Okay! Ich glaub ich bin immer auf der Suche! Oh nein! Ich hab die Schlüssel nicht! Ach komm! Wie gesagt, die haben Schlüssel. Die haben den Schlüssel nicht. Die haben den Schlüssel halt nicht, Leute. Ich dachte halt, die haben. Aber nee, die haben nicht. Ey, nee, du, ne? Eine kack Waffe gerade. Ich dachte, die haben den Schlüssel und ich komme da dann einfach rein. Aber nö, haben sie nicht. Komm ich hier irgendwie lang? Nee, toll, super. Ach nein, 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 nein. Ach, ist das kacke. Das heißt, ich muss irgendwie in diesen Schlüssel rankommen. Ich muss jetzt ganz schön gucken. Das ist ein Schlüssel, das ist ein Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ich brauche ein Schlüssel, 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 ich brauche ein Schlüssel. Ich brauche ein Schlüssel, 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 bitte. Haben Sie einen Schlüssel für mich? Der kann ja nicht weit sein, also muss ja hier irgendwo sein, ja, nee, ne? Also theoretisch. Hier drin irgendwo oder so. Okay, ich gehe hier mal rein. Ey, warum kennt der mich? Achso, unbefugt. Ich sehe es erst wieder. Weil er unbefugter zutritt. Ich müsste das anziehen, was die anhaben. Nee, nee. Ich schaue einfach, weil ich, wenn ich das jetzt anziehe, muss ich wieder meine Kleidung ändern. Ah, warte, hier? Nee. Ja, wenn ich sonst einen Schlüssel nicht finde, Leute, mache ich da einfach irgendwie, habe ich noch einen Dietrich dabei oder so? Aprikose nehmen. Eine richtig lustige Idee, was ich mit Aprikose jetzt machen werde. Na, nee, hat nicht funktioniert, schade. Ja, Schlüsselleute, Schlüssel, da mal. Im schlimmsten Fall muss ich mir was einweisen. Ich weiß nicht, kann man, kann man das nicht auch aufschießen oder so? Tränke, Hose. Ich hätte das draußen machen sollen, ne? Dass der rausgeht da, weil ich kann ja hier rein. Oder springe ich hier drin einfach um. Okay. Okay. Oh, nee, kann ich hier irgendwo. Ah, ja doch, hier. Vielleicht, ah, da ist ein Schlüssel. Und tschüss. Ich glaube, das war der richtige Schlüssel. Ich hoffe es zumindest. Guck mal. So eine Schlüsselkarte habe ich auch bekommen. Oh, perfekt. Ich glaube, das ist alles, was ich brauche, ne? Alles dabei, Leute. Wir sind Profis. Wir sind einfach die absoluten Profis dieses Spiels. Das ist einfach schön. Ah, so, ab geht's. Da, 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 da. Oh, da geht's nicht eigentlich lang. Also, ich kann ja eh so gucken, ne Schraubenzieher. Schraubenzieher, nö. Münzen nämlich mit. Ah, Münzenchen. Und jetzt schauen wir, ob der auch das richtige Schlüssel ist. Weil nicht, dass es der falsche ist. Freundschaft wäre low 30 Zockerbeut. Wir freuen uns alle drauf. Und Emi, danke nochmal für 5, 26, 20. Die NL Wusel, Gaming Room und Discord ist noch VIP geworden. Dankeschön. Oster, danke, dass ich Admin geworden bin. Wobei ich mich nie ans Regelwerk gehalten habe. Demeter-Gott. Hast du dich nie ans Regelwerk gehalten? Immer nur gemetered, ne? Unglaublich, LostEye. Vielen, vielen Dank. Alter, das wäre vorhin 10 Mitgliedschaften verschenkt. Ey, sorry, dass ich jetzt das hier sehe von LostEye. Ey, sorry, dass ich jetzt das sehe, Bruder. Dankeschön fürs Verschenken. Und Bärchen, die Grüße aus der Schweiz hier von BadMangoTV. Vielen Dank. Jetzt muss ich wieder zurück rein. Boah, bitte häng dich nicht auf. Bitte sag, es ist der richtige Schlüssel. Bitte sag, es ist der richtige. Nein, das ist der falsche. Nein, das gibt's doch nicht. Es ist der falsche Schlüssel. Das hätte ich für den Schlüssel aufgehoben. Das gibt's doch gar nicht. Man muss doch dringend schon auf Klo, Alter. Weißt du was, ich mach ein bisschen Kartell-RP. Ich setz mich in den Busch, ich bin gleich wieder da, Leute. In der Zwischenzeit dürft ihr ein bisschen hier... Sorry, ich mach... Ich weiß nicht, ich mach jetzt ein bisschen Joke, aber ich bin gleich wieder da, Alter, der Stift drückt. Nee, ich muss wirklich... Ich muss so dringend pissen, Alter. Ich muss so dringend pissen, Alter. Wir sind elf... Enough. Ich muss wirklich... Doktor... Nếu wir gehen und uns ein bisschen genau übergeben, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich komme einfach mit rein. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, ich gehöre jeder zu, ne? Ich bin der von der Drogenabteilung, ich, äh, ich mach das Ding, ich rip das Ding, ich hab noch Gift. Wir haben noch viele Dinge, die Sie sich noch interessieren, Frau Martinez. Es gibt ein paar Beispiele, die Sie mit unserer Verbindung in der Mexikanischen Regierung machen müssen. Und wir haben ein paar Einwanderungen zu verschiedenen Waffen, die Sie auch müssen, um zu schauen. Ich bin der persönliche Leibwächter von Frau Martinez. Frau Martinez, die Ausschnitt ist ein bisschen groß gewählt, gell? Der ist ein bisschen groß gewählt, der Ausschnitt, Frau Martinez. Warte, Posteingang, kann ich da rein, rein lunzen, ne? Brief. Achso, ich muss einen Brief da platzieren, mhm. Ich könnte sie mit einem Brieföffner umbringen, aber dann merkt das halt hier jeder, ne? Das ist auch nicht so cool. Hm, Feueralarm ausrufen, wegen Feuer und so weiter. Das ist ein Atomkraftwerk hier, ne? Als ich die Wasserflasche vergifte, neben denen. Unerlaubte Aktion, ja, den mach ich nicht. Ah, warte, Meeting Room, Downstairs, dann mach ich das schnell. Okay, warte. Meeting Room, Downstairs, ich kann das ganz schnell vergiften. Oh, ne, das ist die Badewarte. Meeting Room, Meeting Room, Meeting Room. Welche Flasche hat sie? Sie hat die vordere. Ah, ich kann hier nichts vergiften, super. Ach, ne, ey. Ja, ich kann jetzt hier nichts vergiften, aber ich kann dir den Stecker rausziehen. Ach, warte. Ey, warte, warte, was hab ich jetzt gemacht hier? Hey, warte, für was ist denn das? Für was? Für was hab ich das jetzt angemacht? Das muss doch irgendwas können. Und hier... Ach, der Schraubendreher fehlt. Ja, gucken Sie sich nicht an mich satt. Gucken Sie, was die Dame zu sagen hat. Ich geh wieder, ne? Tschüssi. Weil ich kille jetzt von der, von der ganz unspektakulären Seite. Ach, das geht hier gar nicht. Ups. Boah, das ist so easy, ne? Ey, da drin ist was passiert. Ich weiß noch nicht was genau, aber irgendwas ist da passiert. Ey, mach dir keine Sorgen. Ey, Junge. Irgendwann findest du schon die richtige. Du brauchst nicht traurig sein. Sie ist die falsche, sie hat dich betrogen, ne? Hallo. Dürfte ich auch einen schönen Haarschnitt machen? Sie sehen nicht richtig scheiße aus, ne? Äh, was gibt's denn hier unter... Untertauchen? Nicht möglich. Ach so, geht das hier nicht. Okay. Wo kommt denn diese Drecksmusik-Quartier? Ich hab ja alles gemacht. Untersuchen. Was ist denn das? Okay. Äh. Cool, dann machen wir endlich die nächste Mission. Da freue ich mich voll drauf. Oh, schöne Zwiebeln. Große Zwiebeln. Ich nehme meine Aprikose. Irgendwann hau ich die Aprikose auf den Schädel, bevor ich gehe. Das steht für... Oh, ich will hier durchgehen. Ich will hier durchgehen. Ist das animiert? Oh, geil. Ich liebe solche Animationen. Wenn sie so denkt, was ist mit dem falsch? Kannst du hier weggehen? Dankeschön. Die Musik wird immer lauter, mein Ohr. Was heißt, wenn ich das jetzt dem Typen einfach drauf schmaß? Boah, ist der dumm. Ist das dumm. Ah, gut. Dann raub ich den Typen hier nochmal schnell aus. Oh, nö. Ein Überfall. Das ist ein Überfall. Überfall. Geben sie mir all ihre Sachen. Überfall. All ihre Sachen geben. Das ist der Überfall. Ich will ihre Kasse plündern. Ich will ihre Kasse plündern. Ich werde sie damit jetzt umbringen. Ich mache euch alle fertig mit dem Ding. Jetzt fahren wir mal nach Hause. Jetzt fahren wir mal. Schnell, bevor es noch jemand mitkriegt. Hier. Geh. Mission verlassen. Genug für heute gemacht. Genug für heute gemacht hier drin. Ich hatte meinen Spaß. Oh, dieses Spiel ist so schön. Du kannst ein Wasserleck machen und die Steckdose sabotieren. Ja, aber ich wusste halt nicht. Ich hatte halt kein Wasserleck. Ach, ich hätte da. Ich weiß schon wie. Mit dem Dings, ne? Ich weiß schon, ja. Hätte ich machen sollen. Stali90, ey. Der ist einfach 33 Mal gerysert, der Bruder. Ehrenwert. So wie ist unsere Auswertung? Missionszeit 32 Minuten, aber nur weil ich auf Klo war. Ne? Nur, dass ihr das wisst. Und jetzt machen wir endlich mal neue Missionen. Story-Missionen. Stein. Was? Ein steinernes Herz. Oder heiliger Boden. Tödliche Kunst. Wir machen jetzt hier weiter. Okay. Warte, Mission neu planen. Ja. Ja, ich möchte eine neue Mission planen. Das haben wir jetzt da gespielt, ne? Bin ich blöd? Ich möchte weiter die, äh, Mission weiter hier. Hier geht's weiter. Nicht mehr verfolgen, verfolgen. Was steht hier nicht mehr verfolgen? Äh, bin ich blöd? Story-Mission. Die anderen habe ich ja schon. Leute, habe ich irgendwas verpasst? Bin ich noch richtig, ne? Einsatz. Einsatz-Ziel. Das habe ich jetzt durchgespielt, das hier. Muss ich hier weiter, ne? Äh, habe ich hier was falsch gemacht? Good morning, 47. Ja, das habe ich ja schon gesehen, ne? Planung spielen. Nicht blöd. Ausfolgung. Story-Mission. Da steht nicht mehr verfolgen, steht hier. Verfolgen. Ah, hier. Äh, ich bin gerade komplett verwirrt. Weil er noch zwei spielen muss, oder? Achso. Ne. Boah, Bushaltestelle, das haben wir. Hostel. Ne, das ist nur der Spawn-Point. Ja, warum will ich nicht weiter? Ich habe ja die schon umgebracht. Ich bin ja hiermit fertig, komplett. Leute, bin ich blöd? Ich werde meine Story-Mission weiter vor Ort setzen, aber wie kann ich das nicht? Hier, ich kann nur verfolgen. Das sind nämlich die nächsten Missionen hier, oder? Äh, okay. Wenn du zurückkehrst, ist sicher. Einsatz-Ziele. Hätte ich doch alle drei gerade ausgeschalten. Ja, warte, ich gehe mal bestätigen. Musst du neu kaufen. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss das Spiel neu kaufen. Also, ich gehe mal auf Story. Hitman 2. Achso, hier geht es dann weiter. Okay. Dreikämpfe geschlagen habe ich gespielt, ne? Das ist die gleiche. Okay, das heißt, hier ist dann die nächste Mission. Das ist die Zwischensequenz. Und hier ist die nächste. Hä, aber warum hat er mich nicht weitergelassen? Ich bin gerade sowas von verwirrt. RIP, Alter. Ich habe neu geplant. Achso, ich habe falsch gedrückt, ne? Ich habe noch nicht mehr geplant. In der Zwischenzeit haben wir eine Leitung auf der Lukas Grey's Top Lieutenant. Es ist heraus, dass die Delgado-Kartell's-Kartell unterfeitingen Unit hat die Fake-IDs für den Militieren. Und eine operative in particular stand out. Wazir Khaled, ein bekanntes Süßchina-Sea-Pirate, South China. The Maelstrom and his cutthroat band of Outlaws were the scourge of the shipping industry in the post-recession years. But his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the supertanker, Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors krasses AP. Most of the Maelstrom's crew that Kalei slipped away, unseen. The Maelstrom's connection to Grey is unknown. But we believe it was he who carried out the audacious killing of a provident CEO in Shanghai, along with two reactivated members of his old pirate gang. Fania Shah, a shady figure in Mumbai's criminal underworld, and are with Rangan. The gang's old cashier turned dodgy movie producer. Shah, Rangan and the Maelstrom form Lucas Grey's eastern cell. Super. Die Frage ist, wo sind wir jetzt? In welchem Land? Hat das von Indien? Ah, Mumbai. Ist, ist, ist halt richtig, ne? Mumbai. Yup. Ich dachte mir, er sieht aus wie Indien, ja. Mumbai. Das Game ist ja leise. Soll ich's ein bisschen lauter machen für euch? Oh, sorry. Jetzt bin ich schon in der Planung drin. Ich kann's auch lauter machen. Mir kommt vor, das Game ist nicht leise, sondern die Synchronspecherin ist sehr leise. Klassisches Empire. Geh mal als Clown. Was passiert? Ich geh mal als Clown. Sieht sich ja lustig aus. Hab ich Bock drauf. Meine Klavierseiten nehm ich auch mal wieder mit. Oder ich ne mal einen Fisch mit. Ne, Klavierseiten passen schon. Wobei letztes Mal hätt ich mein Dietrich gebraucht. Bei Werkzeugen. Ich nehm jetzt mal mein Dietrich mit statt Münze. Genau. Machen wir. Spielen. Händelsziele. Hier. Ich würd gern spielen. Hallo. Spielen. Nicht dumm. Ah, jetzt. Nimm mal Schneeball. Naja, voll. Schneeball in Indien. Ich find die Lautstärke passt nämlich auch eigentlich. Das ist ganz angenehm. Ist nicht zu laut immer. Wer hilft, ich find Rockstar Gangs morgen alle mit irgendwas anderem trollen als GTA Sextrainer. Das wäre so assi, aber ich glaub nicht, dass sie es machen. 12 Millionen Menschen. Oh, kennt ihr diese TikTok-Videos aus Indien und so? Von diesen Streetfood-Leuten, die dann oft mit der ganzen Hand reingreifen. So voll unnötig. Und das halt so richtig schon unappetitlich ist, wo du schon beim Zugucken Durchfall kriegst. Man sagt ja, man soll ja dort nicht unbedingt, wenn man, wenn man dort halt nicht unbedingt wohnt, dort essen. Auf diesen Streetfoods, sagen wir mal, du dir da dir den Magen zusammenhaust. Wenn du das nicht gewohnt bist. Aber sieht so aus, als gibt es diese Streetfood-Leute dort. Da werden wir uns gleich was holen von. Ich krieg die ganze Zeit diese Videos auf TikTok bei mir. Fisch ist OP. Was kannst du mit einem Fisch machen? Die Leute zusammenschlagen. Willkommen in Mumbai. Und ich bin... Ich bin mit einem Clown da. Ist das geil. Weißt du, ist ganz normal. Ey, hab ich jetzt schon Spaß in Mumbai. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich bin der Klassenclown. Geh ja mal ein bisschen rum. Ich bin der Clown. Ich zeige dir mal, wie das hier geht. Jo, ich bin der Klassenclown. Ich weiß, ihr lacht halt über mich. Hallo, guten Tag. Ich bin der Schlägerclown. Guten Tag, ich bin der Schlägerclown. Schlägerclown? Ich weiß, sie lacht noch. Hä? Oh, jetzt nicht mehr. Schlägerclown. 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 Sag mal, habt ihr keine Polizei bei euch in Indien? Irgendwie kommt da keiner. Schlägerclown. So. Will die auch jemanden verprüfen vom Clown? Ah, da kommen sie. Guten Tag. Der hat eine Waffe gehabt. So, ich ziehe mich mal oben, ne? Guten Tag. Gibt es ein Problem? Ich verstehe euer Problem nicht. Warum finde ich das irgendwie so lustig, dass ich einfach hier auf der Straße rum mit alle Leute zusammentrete und irgendwie keiner was macht? Also es ist halt, es ist halt wirklich funny. Sorry, ich wollte ihren... Von mir kriegt gerade jeder eine Watsche, der hier auf der Straße rumgeht. Guten Tag. Ach, hier im Laden ist ja auch was los, ne? Ach, der will fighten, der Erste. Sorry. Oh, der hat eine Münze liegen lassen. Münze. Was gucken die mich alle so an? Boah, ich hätte hätte ich gerne mal einen Fisch dabei. Sag mal, gibt es irgendwas zum Droppen? So einen Fisch oder so? Ja, schauen wir mal kurz. Die Waffe würde ich jetzt nicht auspacken. Ja, ich suche Fisch. Ich suche Fisch. Sag mal, habt ihr jetzt irgendwo hier Polizei? Ah, hier kommen sie. Endlich. Ein Shootout. Aber wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Wo ist denn der? Ah, Hilfe. Ich stecke fest. Ah, da ist er. Endlich haben die mal einen richtigen Polizisten hier. Endlich mal jemand, der sich mal traut, was zu machen. Ey, das ist halt. Was ist denn das für eine Mission? Ich kann die einfach so zacken. Interessiert das niemanden? Ist das bei euch? Ist das hier normal? Wie wäre es mit wegrennen? Ich stehe hier mit einer. Egal, die sagt nichts mehr. Das ist anscheinend in Mumbai ganz normal, dass jemand mit einer Knarre rumrennt. Ah, hier gibt es vier Stände. Aber das ist das Tee. Geil. Kann ich ein bisschen Tee trinken? Nö, kann ich nicht. Das ist jetzt die einfachste Mission. Lassen Sie mich durch. Durchlassen, bitte. Sie müssen mich durchlassen. Einmal durchlassen, bitte. Dankeschön. Durchlassen, bitte. Da hinten ist noch immer ein Pediler, glaube ich. Ne, da sind... Ey, da ist echt niemand. Da war jetzt einer... Ne, zwei Leute, die jetzt probiert haben, mich aufzuhalten. Zwei. Sonst ist hier niemand. Ich habe hier so einen Stand. Was gibt es hier? Batata... Puri. Ein Batata Puri, bitte. Willst du mit aus dem Weg gehen, bitte? Ich habe eine Mission zu erledigen. Oder vielleicht glauben die einfach, dass ich hier der Typ bin mit dem Outfit. Das passt schon so. Die werden denken, ich bin Polizist oder irgendwie. Keine Ahnung wie. Aber die lassen mich doch auch durch. Dann zieh ich mich mal so an. Achso, ne, warte. Da ist auch so. Ja, ähm. Ich habe gehört, jemand hat die Mission auf Stealth, ne? Ah, meine Augen! Endlich mal Leute, die sich auch wehren. Ich glaube, ich muss die Mission noch mal für neu machen. Komm, jetzt zu viele auf einmal. Jetzt noch zu viele. Aber kommt die ja... Auf einmal kommen sie! Ah, ne, ich bin leer geschossen. Ja, ich bin tot. Auf einmal kommen sie alle. Ja, neu, äh, erneut spielen ja vom Anfang an. Als Clown, aber dieses Mal. Jetzt hätte ich den Fisch mit. Ja, ich, ich sehe schon, ich sehe schon kommen, warum Rockstar Games, äh, liegt einfach, ähm... Ja, genau, liegt der Trailer. Ne, bringt einfach den Trailer von, äh, GTA 4. Von, was haben, was haben die Leute geschrieben? GTA 4, äh, Remaster. Ne, aber dafür die Palmen und so, das, das, das wäre so, so assi, wenn die das machen würden. Ich glaube nicht. Ich meine, der Trailer war schon längst der Eisenbahn, das da kommt. Oh, warte, hier ist was? Was kann ich für den machen, für den Typen? Schauen wir mal. Hey, excuse me, you know who Gregory Arthur is, right? The famous American actor? You see him around the city? No, please tell him to come see me if you do. He's got a photo shoot inside the tower, and Mr. Rangan does not like to wait around. Okay. Anleitung, F1, bis zuvor. Gregory Arthur, a famous Broadway star, is apparently late for a photo shoot inside Rangans unfinished Tenement Tower. Hang on, he had blowt... Yo, yo, yo. Ich würde halt eher gerne mal was essen gehen, aber irgendwie lasst mich hier keiner was essen. Ich glaube, ich muss hier oben rein, gell? Darf ich einen Clown hier rein? Achso. Go away, dann gehe ich halt wieder. Ich brauche so ein Security-Outfit, dann komme ich da rein. Weil ich muss hier oben rein anscheinend. Ey, wie gerne würde ich hier mal was zu essen probieren. Irgendwie. Ah, schau mal hier vorne. Wenn ich den jetzt umliete, kriege ich das... Ah, ne, da ist ja noch einer. Nevermind. Ich komme hier nicht rein, ich brauche so ein Outfit. Ich muss mich so anziehen, wie die Leute da. Okay. Vielleicht finde ich irgendwo in der Ecke jemanden, der so aussieht. Aber das Problem ist, hier sind so viele Leute. Ich komme ja nirgends hin, um mich dann umzuziehen auf die Schnelle. Außer ich finde ein Outfit, was so aussieht. Hier ist auch ganz kritisch. Ich gehe sonst hier mal nach hinten. Ich gehe mal dem Punkt nach, wo er mich sehen möchte. Den Clown. So lassen wir. Beta Giesel. Kabel 1. Ja, lass uns mit durch, Jens. Der ist ja schon. Bruder, bleib stehen, hallo. Verkleiden sie sich. Ach, ich soll mich verkleiden. Ja, ich finde, ich gehe ziemlich in der Menge unter mit meinem Outfit, Leute. Ich gehe ziemlich unter in der Menge. Ey, Leute, was habe ich euch gesagt? Wenn du da was Stealthfood essen gehst, du kriegst hier einen Durchfall. Guck mal, er hat schon Bauchschmerzen. Ihm geht es schon gar nicht gut. Es muss nur schauen, dass ich ihn überwältige. Irgendwo, wo es keiner sieht. Hinten in der Gasse. Hä, was denn? Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nichts passiert. Okay. Kurschlein. Ich wusste nicht, dass er da steht, Alter. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Huch. Oh, warte. Ich ziehe noch. Ah, da kommt wer. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich war es nie. Ich werde es nie sein. Ich bin es nie gewesen. Ich habe keine Bauchschmerzen. Ich war heute schon auf Klo. Mir geht es super. Okay, wo war das? War mal hier hinten irgendwo, ne? Ah, hier. Ich muss ja nach oben. Ah. Auf in die Lounge. Komme ich hier durch? Ey, die müssen mich jetzt eigentlich theoretisch hier durchlassen, oder? Hier so, guck. Ey, 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 ey. Warten Sie mal ganz kurz. Ich habe da eine ganz tolle Idee. Wie weiß man, wenn wir die Sachen zuerst mal weglegen? Ne, wo ist denn der... Ja, der Brä, der ist jetzt weg, ne? Dann legen wir mal die Sachen weg. Alter, möchte ich unbedingt... Aber nee, ich brauche meine Waffe. Ich will die nicht weggeben. Muss ich irgendwie anders reinkommen. Nee, ich will die Waffe nicht weglegen. Die belasse ich so. Das heißt, ich ballere die zwei hier vorne ab. Die zwei hier vor... Das sieht eh keiner, ne? Wenn ich die zwei hier mitnehme. So, dann ist das schon mal für Ablenkung gesorgt. Die zwei haben nämlich umgebracht. Das wird keiner merken, wer es war. Boah, fast hätte ich die nicht getroffen, hätte einen. Und jetzt schaue ich hier nach vorne. Ne, das interessiert die immer noch nicht. Dann hoffe ich nur, dass die jetzt wegkommen, die zwei. Und dann gehe ich da ganz normal rein, so, wisst ihr? Weil ich will die Waffe nicht weglegen beim Fristen. Oh, der eine kennt mich. Und ich bin drin. War das easy, Alter. Ich gebe doch nicht meine Waffe ab. Wo kommen wir denn da hin? Ich gebe doch nicht meine Waffe ab. Die brauche ich doch noch. So, ich bin im Drehen. Aber noch nach oben. Geil. Jetzt gehe ich mir eben. Okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Einen Film drehen und ich stelle mich hier hin und dann... Bin ich der Stuntman im Spiel? Also hier im... Ich hoffe, ich spiele ihm einen schönen Film mit. Schaut, da kommt er, er kommt hoch, er kommt hoch. Oh, ich habe jetzt nicht zu vergiften dabei. Well, well. Schaut, wer endlich kam. Es sieht, wie du eine rolle Nacht hattest. Also, ich wollte nur sagen, dass ich dich absolut liebte. Ich liebte dich in blundernden Frachen. Ich dachte, es war eine brillante Performance in einer sehr lustigen Horror-Komödie. Will ich mich da so hinstellen? Ist er? Also, ich fühle mich schon sehr als Main-Character hier neben euch. Muss ich euch ehrlich sagen. Bin der Einzige mit roten Handschuhen. Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er irgend so Mädels. Da ist er gleich. Da ist er. Den muss er umbringen. Mit seinem Leibwächter. Manuel Ross, Netflix hat sich die Rechte an GTA gekauft. Welcome, dort GTA 3, Vice City und San Andreas das Game. Auf Netflix? Was? Dann bietet Netflix Gaming an. Okay, Fotoshooting beginn. Bin dabei. Ach, guck mal. Auf geht's. Äh, der Herr, ihr Arm glitscht durch mich durch. Ich könnte ihn jetzt vor allen Leuten hinrichten. Okay, da gehe ich mal ein bisschen ein Stück weg, weil ich habe jetzt meine Knarre. Ich könnte ihn auf die Schnelle aus... Ach, warte hier, man kann ja hier irgendwie... Äh, ich will mir das mal angucken. Ah, der ist ja illegal, ne, das man... Zu manipulieren, sorry. Gift fehlt. Ja, ich brauche auch so ein... Warte, ich schaue mal, ob es hier... Ah, hier, Schraubenzieher. Ja, 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 ich bin schon dabei. Ich muss die nur ablenken. Oh, jetzt habe ich wieder nichts dabei zum Ablenken, zum Kotzen. Zum Kotzen. Ich habe nichts zu tun. Ah, das ist Catering, guck. Fällt mir überhaupt nicht auf, was ich gemacht habe, oder? Wir sind auf der Suche, aber ich bin weg. Ah, es hat funktioniert. Ich habe das Ding, ich habe das Ding gemacht. Oh nein. Ah, nein, nein, öffnen. Ah, nee, wo kommt die alle her? Oh nein, 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 ich bin dafür nicht bereit. Ich bin nicht bereit zu sterben. Nein, nein. Ach, kacke. Och, Menno. Ah, hier, letztes Spanierplatz ist immerhin. Da muss ich alles für neu machen. Ey, aber schon assi, ne? Schon assi. Die haben das gemerkt, dass ich da was gemacht habe. Das wusste ich halt nicht, dass das so schnell geht. Ich wollte die halt, ich muss die, ich muss die irgendwie zuerst ablenken. Ich weiß halt nicht, ich muss irgendwas nehmen. Irgendwas muss ich nehmen, dass ich die ablenken kann zuerst, bevor ich da irgendwas mache, wisst ihr? Weil den Schraubenzieher hier, das ist ja nicht das Problem. Den kriege ich ja easy. So, wisst ihr, das ist ja nicht das Problem. Aber ich muss es irgendwie schaffen, dass die Dame oder der Herr hier... Ja, ich brauche was zum Ablenken. Ja, da habe ich schon was gefunden. Ein schönes Dr. Pepper. Wartet so. Wo geht er hin? Super. Hat funktioniert. Ich habe es direkt machen können. Ohne, dass es mir aufgefallen ist. So, liegt da noch irgendwo das Dr. Pepper rum? Nö. Entschuldigung. Ich habe ein bisschen gebraucht, ich war noch auf Klo und habe Durchfall gehabt durch das Essen hier. Sag Tschüss. Aber die werden jetzt da rüber gehen, die werden wir jetzt da wegschmeißen hinten, ne? 100 Pro, dass wir das jetzt eingestellt haben. Ja, dann mach, Fotoshooter, komm. Ich will ihn hier wegfliegen sehen. Ja, ich will ihn hier wegfliegen sehen. Ja, ich will ihn hier wegfliegen sehen. Komm, komm, schau. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Weil ich glaube, das Einschalten machen, die ja die, ne? Ventilator, Steuerungstafel, aber da muss ich operieren, ne. Ich würde sagen, wir machen nochmal ein Fotoshooting mit ihm, ne? Ach so, Entschuldigung. Immer schön runter von der Bühne, wenn der Chef da steht. Da werde ich ihm sagen, er sollte, er sollte nochmal dort hinten ein Foto machen. Ich hoffe, das funktioniert. Welches Hitman ist das? Hitman 2 ist das. Und lasst ein Like da, Leute, für Hitman 2 auf jeden Fall. Auf die 2000 Likes, haut mal drauf auf den Button, ne? Und vergesst nicht, abonnieren ist kostenlos. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt, äh, muss ich mit ihm reden. Zur Zeit beschäftigt. Ich würde ja gerne mit ihm reden. Also, auf jeden Fall, der beste Film, der kommen wird, glaub mir das. Ich muss noch ein bisschen warten, bis der da diese Kamera... Warte, muss ich hier noch irgendwas machen? Nö, ne? Ich glaube, die stellt sich schon hierhin für den Shot. Entschuldigung. Boah, die ist richtig in med, alter. Das kannst du dir auch ans Runterschießen, ne? Hier oben. Ich wollte ja sehen, wie du wegfliegst. So, hohohohoho. Gregory, Gregory. Ja. Oh, ne, der kommt mit. Ich wollte gerade umbringen. Alles cool, alles cool. Ich wollte ihn umbringen. Ja, da gehen wir nach oben, ne? Mit dem Herrn Private Santa Claus, der uns hinterher rennt, der überhaupt nicht creepy ist. Okay, Gregory. Ich brauche nur meinen Freund hier, um dich anzupassen. Nein. Ja. Ich bin sicher, dass du es nicht verstehst. Nein, nein, nein. Wir gehen schon wieder. Ich habe keinen Bock auf sowas. Ich komme eh schon. Entschuldigung. Hey, Mann. Er ist schon da. Funny. Meine Mutter hat immer gesagt, ich hatte gute Hände. Sie hat gesagt, ich sollte ein Surgeon sein. Die Waffe habe ich misskühle geschmissen, ne? Ich muss den Whisker sein. Go on. Moin, vergiss nicht. Freddy morgen Geburtstag hat und in sein Geburtstag rein ist. Machst du mit? Ich weiß noch nicht, ob ich mitmache, weil wir machen morgen den Stream mit GTA 6. Vielleicht mache ich mit. Mal schauen. Und rein streamen. Maybe bin ich dabei. Aber du, ich bin mit Geburtstagen eh wirklich immer komplett lost, ne? Ich vergiss das Gefühl, jeden Geburtstag so. Am vierten. Alter, warum bleibst du immer stehen? Geh doch einfach. Mein Gott. Geh doch. Das war meine Waffe wiederholen. Will ich mich umbringen? Bruder, ich höre den kaum. Ich würde gerne ein bisschen mehr hören. Hier, Audio. Die Log-Lautstärke ist eh schon auf 100 so gefühlt. Na egal. Ich will dich und deine Mutter. Mutter, deine Freunde, deine Päte, jeder und jeder will sterben. Geh doch, wie ich dir sage. Und ich kann dich mehr famous machen, als du dir träumt. Krass mich. Und du bist tot. Okay. Ja, hast du verstanden. Ich denke, ich verstehe. Excellent. In diesem Fall, wir sind hier fertig. Cool. Dann sehen wir dich doch nochmal vielleicht, äh, hier auf dem Ding gehen, ne? Wäre, wäre sehr cool. Ist hier irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Ne. Hier so eine Stange. Ne, die nehme ich nicht mit. Das ist uns zu auffällig. Glasscheibe. Hä, ich bin doch hier hochgekommen. Das ist jetzt ein Problem, Alter. Ich bin doch hier hochgekommen. Ah ja, jetzt darf ich gehen auf einmal, ne? Ja, ja, ja. Hier ist eine Axt, die könnte ich verwenden, aber... Ich nehme meine Waffel gleich wieder aus dem Ding raus. Ach, war das weiter unten, ne? Was ist los? Ach, der hat sich da eingesperrt. Ja, gut. Ich krieg ihn trotzdem irgendwie. Ich krieg den. Die Frage ist gerade, er ist jetzt hier oben und der geht oben runter aus der Hinterseite. Ich, äh, weiß jetzt halt nicht, ob er jetzt hier insgesamt... Macht der da jetzt mit oder macht der jetzt hier nicht mit beim Filmen? Er hat doch gesagt, ich darf ihn die Show nicht stehlen. Und er, äh, ich dachte, er macht hier diese Aufnahmen hier hinten. Oder das hier. Was passiert jetzt hier mit dieser Aufnahme? Die machen sich schon alle bereit für die Aufnahmen hier. Ja, doch, die machen die Szene. Was kann ich denn mit dem Ding hier machen? Kann ich irgendwie... Ah, der Kuss? Geht er oben rum, aber der wird ja hier die Szene mit dir drehen. Operieren, Ventilator... Ja, das kann ich dann machen, wenn er da ist. Muss ich mir das jetzt hier alles angucken? Kann ich denn jetzt runter? Wo wird das so funny finden, wenn sie auf einmal... Was, ich habe da eine Idee. Ich habe das Ding jetzt einfach angeschmissen und sie runtergeschubst. Ich habe das Gefühl, der Bruder kommt hier nicht runter. Ich glaube, die filmen das jetzt nicht. Auch wenn das übelst lustig wäre. Ich komme hier aber nicht hoch, ne? Luxuswohnung, Schlüsselkarte. Ja, sieh das doch auch, dass ich die einstecke, ne? Weil damit komme ich vielleicht nach oben. Aber ich esse hier nur Suche. Solange Suche steht, bleibe ich hinten. Geht er hier nach... Ja, guck mal, der sucht jetzt hier alles durch, ne? Soll er machen. Ich bin eh nicht da. Ich bin eh nicht die Abrie, für die du mich hältst. Kannst du ganz in den ganzen Tag suchen gehen. Hört schon auf zu suchen, geil. Dann mit der Schlüsselkarte komme ich sonst vielleicht nach oben rein. Und dann haben wir Spaß, weil das wird hier nicht... Das Skript liegt im Fahrstuhlschacht. Meter auf neue Art und Weise. Ich glaube, ich hole mir das. Im Fahrstuhlschacht ist das Skript also, ne? Da unten, oder? Ah, hier liegt es tatsächlich. Aber wie komme ich hier runter? Boah, ist der Assi. Ich muss irgendwie, ich muss da irgendwie rankommen. Aber ich weiß nicht wie. Und vor allem, wie komme ich jetzt wieder aus dieser Position hier raus? Ich komme aus der Pose nicht. Ich komme aus dieser Drecks Position nicht raus, Leute. Speil, ja, ich würde... Deckung, ich würde gerne aus der Deckung raus. Mein Gott, ich komme aus der Deckung nicht raus. So, jetzt aber. Nach unten klettern. Ich komme, wie soll ich denn das... Ach, warte mal. Vielleicht komme ich mit dem, ähm... Ding, dingse, bumse ran, oder... Ist ja wer drin? Oh, da sind Leute drin, vergiss es. Ich glaube, mit dem Mob komme ich ran. Aber wo kann ich das nicht nehmen? Untertauchen. Achso, untertauchen. Ne, ne. Da komme ich da irgendwie... Stimmt etwas draufwerfen. Den Hammer am besten. Oh, Leute. Ich bin ja so dumm manchmal. Also manchmal denke ich wirklich... Zwei Meter Feldweg. Kannst du keinem erzählen? Kannst du keinem erzählen, was ich gerade gemacht habe? Das kannst du bitte keinem erzählen, ne? Was ich da jetzt aufgeführt habe. Okay, probierst du mit was anderem. Aber den kann ich nicht nehmen. Dann kommen wieder die Leute zu mir und regen sich auf. Und beschweren sich. Ach, komm. Hä, wo ist denn der Brie jetzt hin? Ich glaube, der Brie ist weg. Ich glaube, wir hatten unsere Chance und der ist einfach weg. Kann den gar nicht mehr eliminieren. Ach, nö. Ist das kacke. Der ist einfach weggegangen. Der hatte gar keinen Bock mehr auf uns. Der ist jetzt... Oder? Ist der einfach untergetaucht? Nehmen wir das einfach an den Feuerlöscher. Schmeißt den da drauf. Passt schon. War ein Feuerlöscher. Wie dieses Kack-Drehbuch da haben. Das funktioniert nicht. Du musst schießen. Gut, wenn das so ist. Du hast recht. Du hast einfach recht gehabt. Ne, ich komme aber hier nicht runter. Ich muss auf Floor 1. Muss ich... Wie komme ich da jetzt am besten runter? Muss ich da jetzt hier um die... Ah, hier vielleicht? Durchklettern? Ne, da komme ich aber, glaube ich, nicht dort. Ne, ich will zum Drehbuch. Wenn ich das Drehbuch bringe, kommt der Brennir mich, glaube ich. Da kommt er ja. Aber ich muss ja irgendwie wieder runterfinden. Weil ich komme ja nicht runter, Jungs und Mädels. Ich würde ja gerne in den Schacht runterklettern. Aber vielleicht, wenn ich hier so mache. Da nach unten, nach unten. Nix, ne, macht er nicht. Wie komme ich da ran, dass ich nach unten komme? Du musst doch irgendwo eine Treppe runtergehen. Ah, hier geht die runter. Hier geht sie runter, die Treppe. Ah. Ah, siehste. Oh, ne, 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 ne. Das sind die Leute, die mich alle kennen. Ich muss gucken, dass ich hier durchkomme. Oh, du wirst mich erkennen. Oh, Mann, ey. Hätte ich das gewusst. Wo ist denn dieser Fahrt? Ah, hier ist der. Oh, zum Glück. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ah, nein. Warum steht da genau jemand vor dem Schacht? Ich muss aber auf die andere Seite, ne? Die stehen halt genau vor diesem Schacht. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dass die genau davor stehen. Entweder ich lenke die ab, oder... Warte, ich kann ja hier nach hinten, ne. Hallo? Wo ist das? Ich habe ihn. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Drehbuch. Oh, mein Gott, bin ich gerade froh. Ich habe es Drehbuch gefunden. Okay. So, ich gehe nur nach oben. Ja, mach schneller. Ich habe es. Ey, da wäre ich... Wirklich, da wäre ich auch runtergekommen. Wirklich. Oh, nee. Und ich nehme den Weg, der... Tschüss, der Umweg ist so unnötig einfach. So unnötig. Das muss ich nur sagen, dass ich das Drehbuch gefunden habe. Hallo? Warte, wem gebe ich jetzt das Drehbuch? Ja, ich gebe dir gleich mehr Room to Breathe, aber ich habe gerade das Drehbuch gefunden und mit dem kann ich jetzt da was anfangen. Irgendwie muss ich das... Muss ich ihm das Drehbuch geben? Irgendeinem Brie. Wem gebe ich das Drehbuch? Eigentlich müsste ich dem Typen das Drehbuch geben, ne? Eigentlich. Ich glaube, ich habe es verkackt, wenn ich ehrlich bin. Aber warte, hier? Nö. Ich dachte nämlich, sie braucht es. Weil sie hätte das jetzt gebraucht hier vor, weil sie es ja nicht weiß. Ich schaue mal kurz. Drehbuch, 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 Drehbuch. Alter, wie mache ich denn das? Ich muss ihm das irgendwie geben. Oder ich kille ihn da oben jetzt einfach, weil ich habe keinen Bock mehr zu warten. Darf ich hier hoch? Ah, ich darf hier hoch? Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich darf hier nicht nach oben. Okay, ab hier darf ich nicht mehr. Das heißt aber für mich, wenn ich die jetzt, ähm, Was ist los? Wenn ich die jetzt hier alle schnell abknalle, ne? So zack, 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 komme ich nach oben. Aber ey, das müsste ich so schnell machen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber da kommt auch noch jemand. Ne, das schaffe ich nicht. Aber vielleicht kommt er runter. Dann gebe ich ihm das Drehbuch und dann soll es funktionieren. Ah, er kommt runter. Perfekt, dann kann ich mit ihm reden. Es funktioniert, er kommt. Und dann gebe ich ihm das Drehbuch und dann soll es funktionieren, dass die sich endlich auf diesen Ventilator einlassen. Dann wird es lustig. Hallo. Okay, warte, dann lasse ich ihn gehen. Sorry. Ich würde ihm... Hallo. Ich kann ihm das Drehbuch nicht geben. Ich kann es dem Typen geben. Ja, aber irgendwie kann ich es ihm nicht geben. Ja, was ist es? Es ist das Essen, Herr Rangan. Die Gatorade hat sich die falschen Dinge und sie haben nichts über das tun. Dann verlassen Sie. Entschuldigung, ich wollte sie nicht... Sorry. Du findest das nicht so schwer, weil ich finde es sehr schwer. Ja, Entschuldigung. Ich äh... Ange ging es auch mal besser, ne? Dann verlassen Sie. Dann verlassen Sie ein bisschen schwerer, mein Freund. Ich bin... Ich bin nicht wirklich so gut mit dem, Herr Rangan. Ja. Komfortabel. Who cares about that? You come here to be, Daud Rangan, an incredibly busy man. And you tell me these ridiculous things about catering, as if I should take care of it for you? You are an adult. It's your job. Unten beim Tisch. Okay. Unten beim Tisch soll es jemanden geben. Bei dem Tisch hier, oder was? Ich sehe hier keinen Tisch, wo Leute sitzen, wo ich das... Also ich sehe nur den Tisch... Ah, dem hier, oder was? Ne. Was heißt denn das Drehbuch? Soll ich auf 1 drücken und einfach hoffen? Drehbuch, der von Mumbai. Veränderung, Drehbuch, der hat Mumbai vorgenommen. Neu hinzufügt wurde die Szene, der hat die Figur Mumbai gespielt. Genau, aber was mache ich damit jetzt? Ich brauche Hilfe. Der Pinky Andy. Ah, der hier an der Treppe? Hä? Was ist das? Wo ist diese Frau im Schalge? Wo habe ich auch schon probiert? Das ging ja nicht. Oder der hier. Ich kann nur überwältigen. Ne, geht nicht. Nehmenventilator. Ich kann es ihr nicht geben. Das geht nicht. Wollen wir es hier auf den Tisch legen? Ne. Oh mein Gott, geht mir das gerade auf den Sessel. Ihr steht neben dem Wetter. Das ist aber nichts. Ich kann es nicht ablegen. Oh, Menno. Ich kann es doch niemandem geben. So ein bisschen. Ja, also. Neben dem Ventilator. Ich kann hier nur Ventilatorsteuerung machen. Hä? Wo ist das? Was heißt nicht? Scholen nur. Ich kann nur die. Schau mal, hier kann ich doch den Ventilator steuern. Aber das möchte ich doch nicht. Weil sonst geht das Ding an und dann schallert es die alte hier weg. Ich möchte die. Warte. Ach, warte hier. Was kann ich hier machen? Kamera losmachen. Ne, das will ich ja auch nicht. Ja, ich schau noch mal hier Story-Missionen. Ein Kleid. Ne, hier. Die haben wir gerade. Hier. Vom Winde verweht. Genau, die will ich ja verfolgen hier. Die hier. Das ist ja die, die ich machen möchte. Ich schau sonst mal. Kann doch nicht so blöd sein, oder? Das haben wir gemacht. So, ich geh nochmal rein. Zack, zack. Ja, weiter. Oder hier Information. Ne. Wo waren das jetzt? Nochmal Einsatzziele. Ach, ne Information bitte. Das ist. Ich kann nur die so lost sein, dass ich die Sachen nirgends abgeben kann. Ich muss doch irgendwem. Das habe ich doch jetzt nicht umsonst geholt. Oder ich muss es irgendwo ablegen. Das kann natürlich auch sein. Irgendwo, wo es halt keiner sieht auf die Stelle. Oder ich bringe diesen. Ich müsste ja eigentlich nur diesen Typen endlich mal umbringen. Das geht mir ja so auf und sagt, dass ich den noch nicht umgebracht habe, den Typ. Ah, ne. Hinter dem Tisch. Ne, nicht vielleicht. Ne, also ich glaube, ich werde es einfach lassen und werde einfach den Typen abknallen, wenn ich ihn wieder sehe. Auch wenn ich es gerne gesehen hätte, wie er da runtergeschallert wäre mit seinem Ventilator. Aber das wäre richtig lustig gewesen. Ich glaube, sie brauchen halt das Drehbuch. Story Mission ganz rechts verfolgen. Warte hier, FF1. Hier, nochmal so verfolgen. Zack ist drin. Ah, warte hier, unten ist was. Aha. Was ist denn hier unten? Den muss ich es geben? Wie random ist das denn? Ach, unten am Tisch, meinen die Leute. Aber warum muss ich dem das unten geben? Das macht ja null Sinn. Hä? Der hat doch nichts damit zu tun, mit der Produktion. So ist ich hier vorbei, unterm Catering. Was mache ich denn jetzt? Schnell. Aber danke für den Hinweis. Nee, ich glaube, ich hau mich hier so runter. Komm ich da rein? Nee, die sehen mich da unten. Och, Menno. Dann gehe ich halt runter. Ich kriege das schon hin. Ist da irgendwie vorbei an denen. Ich fühle mich ein bisschen kreuzig. Soll ich mich... Ach nee. Muss ich halt wirklich so umziehen, ne? Anscheinend. Ich muss mich halt wirklich so umziehen. Weil sonst checken die das nicht, dass ich das... Ah, jetzt, jetzt, jetzt noch das... Ich muss mich halt wirklich umziehen. Mein Gott, hätte ich das gewusst, ne? Ah nee, jetzt habe ich eine neue Info bekommen, wo es ist. Jetzt muss ich mich umziehen. Ich muss... Äh, ja. Als Filmcrew. Das heißt, ich werde ihm hinterher gehen. Werde dann das Outfit umziehen. Aha. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, dass ich nach unten muss. Ich dachte nämlich, es ist egal, wer es findet. Ich dachte, ich muss das einfach so zack. Wo ist der hin? Ah, hier. Ne Idee. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass du es jetzt nicht gesehen hast. Oh nee, der geht einfach. Ich muss den unbedingt... Ich muss dieses... Ach, ich habe sie hergeholt. Das ist schlecht. Ich muss ihn herholen. Will ich jetzt wieder sie her? Jetzt bringe ich beide her auch. Nee, du. Zum Kotzen. Ich brauche doch nur ihn. Weißt du, ich komme ja da nicht hin, wenn der da die ganze Zeit rumsteht. Ja, endlich, du. Hey, geht's da hin? Du in der Keller aus. Danke, Gott. Endlich. Endlich. Oh, zum Glück. Ey, die ganze Zeit ist nämlich die andere darüber. Ich hätte fast ausrasten können. Ich war fast ausgerastet, Leute. Die ganze Zeit die anderen rüber sind. Und ich wollte die ganze Zeit ihn rüberbringen. Also, dass ich sowas hinkriege. Zum Kotzen. Wirklich zum Kotzen. So, jetzt muss ich mit der Filmcrew nach oben. Oh, endlich kann ich das machen. Das wäre so schade gewesen, hätte ich das nicht gesehen mit dem Bray. Ich wollte ja unbedingt, dass er wegfliegt. Guten Tag. Übergebe das Drehbuch. Ja, kein Problem. Okay. Super. Ey, zum Glück. Ja, ich freue mich. Ich verschleudere ihn weg. Das wäre so scheiße, wie es hätte das nicht gemacht. Ich wollte es unbedingt sehen und es funktioniert. Ich glaube, es gibt doch ein Tutorial für Dummies, wenn man sich gar nicht auskennt. Das heißt, ich darf das Ding jetzt steuern. Ja, jetzt darf ich. Seht ihr? Jetzt kann ich hier steuern, ohne dass ich ein Problem kriege. Und das Ding haben wir schon komplett ummodifiziert. Das heißt, jetzt muss ich es wieder noch drücken und dann haut es den hier runter. Ui, 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 ui. Man kommt da. Wo ist er denn? Unser kleiner, unser kleines Schweinchen. Da oben ist er. Ach, das ist Musik in meinen Ohren. Leute, wer freut sich da drauf? Eins in den Chat. Freut sich da drauf, im 1. GT6-Trailer. Und wie? Ich freue mich sowas von drauf. Wie gesagt, morgen, 14.30 Uhr oder 14.00 Uhr, wenn wir anfangen zu streamen. Dann bitte einschalten, dann werden wir den analysieren, den wir uns den ganzen Trailer geben auf dem Live-Kanal. Also hier auf YouTube, wir werden live dabei sein, wenn der Trailer öffentlich geht und wir schauen den uns zusammen an, Leute. Wir gucken uns live als Reaction den Trailer an. Also wer eine Reaction haben möchte, live morgen um 14 Uhr, BZW 14.30, starten wir uns streamen, um 15 Uhr kommt der Trailer, schaut auf jeden Fall morgen vorbei auf dem Kanal. Ich werde auch nochmal heute eine Angnügung raushauen, also ihr wisst, ich live streame morgen um die Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob wir 14.30 Uhr machen oder 14 Uhr, weil wir werden ein bisschen, einfach so ein bisschen auf chillig talken oder so, bevor der Trailer kommt. Boah, der Bruder soll mal kommen, jetzt kommt er, zieht er sich an, guck, jetzt hat er sie umgezogen, jetzt kommt er gleich. Es wird so funny, dieser riesen Ventilator, es wird so funny, es ist ein Fest. Zinsrecht ist auf jeden Fall für 90 Cent und Laura, tauschenlang fürs CP-Werden. Danke auch an Toni, haben wir vorgelesen, genau. Gamingwelt, vielen Dank fürs CP-Werden, Dankeschön. Manuel Ross, Netflix Games gibt es schon länger und die GTA-Teile kommen in der Definition Edition, ohne den Bugs, aha. In der Definition Edition oder meinst du die Definite Edition? Ja, da steht jetzt die Definition Edition. Ja, jetzt kommt er. Ich bin ready, Leute, seid ihr ready? Na komm. Ist das, trau dich hoch? Wer sich freut, jetzt kommt die Kuss-Zene. Soll ich warten auf den Kuss und dann wegschämern? Wir warten, bis die Kameras laufen, ne? Dann haben wir alles auf Kamera, wird lustig. Den ganzen Tag darauf hingearbeitet. 14 Uhr schreiben die Leute, okay. Kann man danach in die Wiederholung gucken, natürlich. Achso, soll ich schon anstarten, hat sie gesagt. Ja, okay, dann starte ich. Und einschalten. Läuft und... Stärker hin. Nein. Wir sind nicht zu stark, das ist doch alles normal. Aber stimmt gar nicht. Ey. Ich dachte, Leute, ich dachte, Schäfer hat das ganze Ding da oben, das war ja gar nichts. Ich dachte, der Elefant und so kommt mit runter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wissen Sie das? Ist er da runtergefallen? Ups. Upsi. Ah, da unten liegt er, guck. Da unten liegt er. Upsi. Gut, dann machen wir mal weiter, oder? Und darf ich hier mal als Kameramann spielen? Ja, wir haben den Accident auf Kamera. So sieht's aus. Alles aufgenommen, alles auf Recording. Gut, dann machen wir mal weiter. Wir haben noch ein Ziel. Ich hab's jetzt ziemlich lang dafür gebraucht. Fällt mir grad auf. Da, 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 da. Ja, dann machen wir morgen 14 Uhr Trailer, oder? Trailer, sag ich schon. Morgen 14 Uhr machen wir dann... Tierfisch. Ich überlege, ob ich das Security-Outfit da mir ziehen soll. Weil die Securities haben mehr zu... Nee, komm. Ja. Lass gehen. Der kennt mich. Das ist kacke. So. Oh, Bananacho! Oh, was ist... Was ist, wenn da so ein Kreisel kommt? Kann ich denn irgendwas machen? Was ist denn da? Achso, da bin ich ja untergetaucht. Stimmt. Ganz vergessen. Welcome to India. Welcome to India. Lass ich mich immer durch. Ja, bitte. Ich muss immer durchlassen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Die Damen, die Herren und die nicht Herren. Ich weiß halt nicht, wo ich jetzt hin muss. Achso, da nach hinten, wo ich vorhin war, ne? Da muss ich hin. Wo diese Gang da war mit ihrer AK-47. Ah, schön, Teppiche! Orientalische Teppiche, schön. Schöner Laden. Wird leider keiner da. Habt ihr euch schon von dem Leak gesehen? Also, können wir ja mal reden. Habt ihr den Leak gesehen? Von dem GTA 6 Mitarbeiter? Von dem Kind, was das geleakt hat? Also, sag mal, Kind, Jugendlicher. Äh, ziemlich funny, ne? Dass kurz vor dem Trailer man in den Leak kommt. Einfach so. Einfach in den Leak gekommen. 47. Unsere Intel suggeriert, dass der Maelstrom in den Stadtflüssen schläft. Okay. Ab in die Slums. Das sind also die Jungs und Mädels, die ich dann anscheinend... Entschuldigung. Oh, schöner Laden. Oh, ne, ne, ne. Sorry, ich wollte in den Laden rein. Ich wollte was kaufen. Ich glaube, ich muss in den Laden umbringen. Ich glaube, ich muss in den Laden umbringen. Ich glaube, ich muss in den Laden umbringen. Ich komme hier rein. Komm ich da rein so? Ne. Ich muss hier irgendwie reinkommen in den Laden. Excuse me. Excuse me, mon amour. Ich muss hier rein. Ah, hier. Sir. Ah, guten Tag, ich brauche Anziehsachen, ich brauche Anziehsachen, soll ich das jetzt? Aha, ich würde ja gerne, aber es geht halt nicht, ah jetzt, jetzt geht er raus, okay, ich brauche ihren Anzug, der Herr, ich werde sie verfolgen, weil ich den Anzug unbedingt benötige, mit was könnte ich denn umbringen, keiner sieht hier in der Seitengasse, ne, sieht das jemand, ne, 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 ich arbeite als, äh, Autobatterie, aufpassen, sorry, ah, der hat sich gerade, der ist gestürzt wegen der Autobatterie, ups, oh ne, wurde das jetzt bemerkt, das kann doch gar nicht sein, Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne, ich habe ein Problem, ich habe ein Problem, ich habe ein Riesenproblem, es beginnt schon eine Jagd gegen mich, geil, ey, das war es schon komplett, Ich habe den halt in der Autobatterie in die Fresse geschlagen, aber Ach, den habe ich nicht mitgebracht, ähm, ich bringe den nochmal mit, sorry, ich muss den nochmal mitbringen, ja, solange die mich nicht jagen, ist doch alles, äh, legit, ne, Ja, die wissen halt jetzt, wie ich aussehe, super, geil, viel Spaß mit dem, äh, mit der Info Die sind unten, die warten auf mich da, so, bin einfach hochgegangen, ohne dass es merken Oh nein, ich muss da wieder runtergehen, och nö, ich will da nicht runtergehen Oh nein, hier, ähm, Münze, nein, ah, eh, eh, Reload, auf den Boden, auf den Boden, hier geht alle auf den Boden Geht raus aus meinem Laden, das ist jetzt mein Laden Äh, komme ich damit wirklich durch? Ich habe vor, in den Augen habe ich das gerade umgezogen Ich komme damit durch, Leute, ich komme damit durch Was ist denn bei dem hier? Aber, ey, warte, 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 ich brauche deine Sachen Okay, dann halt nicht Ach, nee Kannst du keinem erzählen, dass ich hier meine Sachen ganz normal machen wollte, aber ging ja nicht Gut, dann gehen wir hier ganz normal runter, dann werden wir dann, ähm, halt so reingehen Guten Tag Sag mal Bin ich jetzt richtig? Ich bin richtig Muss ja irgendwie dann nach hinten kommen einfach und dann bringe ich hier einfach jemanden um Und dann ziehe ich das an, was der anhat Guck mal hier, schon der Erste Dann ziehe ich das einfach an und alles ist gut Wollen wir gar nicht viel drüber nachdenken Und die nehme ich auch mit Ist doch geil Müssen wir gar keine Gedanken machen, Leute Ist doch einfachst gedacht Schau mal, die Brees, die wissen Bescheid Ich gehöre zu denen jetzt Achso, Entschuldigung Ja, wusste ich nicht, dass das, ich wurde erwischt für irgendwas Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Die sind schlecht auf mich eingestellt Ist doch nur die Person da unten ausschalten, ne? Ihr seht mich nicht Ihr könnt mich hier oben nicht sehen Unten ist die Person Muss ich nur noch schnell ausschalten Ja, muss ich gar nicht Nur noch die Person unten ausschalten Machen wir aber mit dem hier Ich komm genau nicht hin Oh nee, du Krass Ich stehe das jetzt noch Jetzt muss ich doch irgendwie rausfinden Wo geht's hier raus, sag mal Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo's hier rausgeht Großes Problem Kann ich überall hier raus, weil ich hier irgendwie jagt ist, weil ich Ich habe keine Ahnung Nee, wirklich, wo geht's hier raus, Leute Und da, wo ich gekommen bin, glaube ich, ne? Da geht's meistens raus Schade, ich wollte es kaputt machen Oh, huch, ich bin fast runter Wie komm ich hier wieder runter? Hier einfach runtergehen, ne? So auf entspannte Rino Ganz entspannt, so Oh nee, die kennen mich alle Die kennen mich Kannst du mich nicht sehen Ich geh halt einfach den Leute, ich geh einfach den Weg nochmal zurück Das ist halt wirklich die einfachste Möglichkeit Um back zu kommen Ja, hier kennt mich eh keine Sau mehr In dem Laden haben wir vorhin das Ding gemacht Ja, und dann muss ich ja nur noch raus Und dann bin ich raus aus der Sache Hier kennt mich auch keiner mehr War das hier drüben? Irgendwo hier war das, ne? Mit dem Ausgang Hier und dann vorne links Glaub ich Oder muss ich die Och nee, die muss ich auch noch eliminieren Och nein Deutsche Bahn läuft dein Leben Stets nach Plan fährst du Selten Deutsche Bahn Danke dafür Liebe und Kuss geht raus Ich muss die noch umbrie Ich komme noch gar nicht raus, Leute Ich muss die noch hier eliminieren So wie es aussieht Voll vergessen Ich muss hier nach oben Wie komme ich da jetzt nach oben? Entschuldigung, sie wissen sie Was hier nicht hoch geht Ich habe hier irgendwo hier Ich muss hier irgendwo hoch gehen Entschuldigung Der Herr, die Dame Ach so Da komme ich so gar nicht rein Okay, sorry Wie viele Gangs haben die da? Okay, das heißt Ich muss mich nochmal umziehen Ich muss hier hoch Ich komm da sonst Ah, da ist einer Den hier Den hier muss ich killen Und dann Zieh ich mich um Ist das eine dumme Idee Wenn ich den jetzt überwältige? Ja, ne? Ist eine dumme Idee Ich schau mal, ob da einer ist Ist doch irgendwo noch einer rumstehen Der so aussieht Ne Ey, geh doch weg Oh, ne, der kennt mich Die suchen noch immer nach mir Die sind wie ich nur immer auf der Suche Ja, dann bringe ich den da vor der Um Ach, schau hier Oh, ne, wenn ich den jetzt hoch sprengen, ne? Okay Okay, Unterhaltung Unterhaltung belauschen Wo ist der Typ hin? Oh, hallo Ja, warten Sie Ich komm da nicht raus Ich komm da nicht raus Wissen Sie, ich hab da ein Problem gerade Warten Sie mal ganz kurz Wir haben das Problem gleich Oh, ne Meine Waffe ist hier Warten Sie ganz kurz Ich muss noch gar nicht mehr mit der Waffe Ich nehm die mal ab, ne? Ey, warum weißt du das nicht, das Böden? Ich muss die blauen Ziele erreichen Ich muss die blauen Ziele erreichen Ja, ja, rennt alle weg Habt ihr recht Alarmiert Alarmiert Hilfe Komm ich nicht weiter Oh, ne Okay, jetzt hab ich ganz schön viel Scheiße am Stecken Aber egal, ich muss da durch Oh, nein, ey Ja, mit der AK da unten stehen, ne? Aber wie komm ich da sonst rein? Was soll ich denn machen? Ich muss ja jemanden von denen umbringen Dass ich irgendwie reinkomme Aber die Frage ist, wie mach ich das? Dass ich da un Wobei, den einen hätte ich Hätte ich Wenn der zweite nicht da gewesen Hätte ich mich so anziehen können Dann hätte es keiner gerallt, ne? Hätte eigentlich keiner rallen können Gut, dann machen wir es so Ich geh jetzt nochmal rein Ich suche jetzt mir nochmal einen, der so aussieht Mal schauen wir mal, wer da wieder Durchfall hat Hä, warte, hä? Worum lebt der wieder? Das ist doch der Typ, der Schauspieler von vorhin, ne? Warum lebt denn der wieder? Warum hat der seine Sachen wieder? Das macht storytechnisch keinen Sinn Weil ich schon in der Story war Muss ja nur noch die zwei hier Ah, schau mal hier, der ist alleine Da geht einer auch gerade alleine rum Und ich den, den kriege ich nicht überwältigt Aber den hier hinten vielleicht Ja, Dietrich, machen wir es schnell Nimm ich da rein Nimm ich mir diese Dose Und jetzt hole ich mir den hier rein Ins Haus Jetzt brauche ich nochmal eine Warte, meine Waffel Komm doch rein Jetzt kommt doch, schau Jetzt kommt der Kleine Guck, jetzt kommt er Ist das überhaupt die richtige Verkleidung, die wir jetzt da haben? Ich weiß es nicht Wird schon passen So Ich halte mal das Ding mal aus Oh nein, der kommt jetzt hier hoch Aber gut, die kennen mich nicht Super Ganz gechillt runter Geil Der ist also jetzt so Irgend so ein Anführer-Outfit da bekommen hab von denen Weil ich sie irgendwie anders aus Das ist die Okay, einer würde mich da erkennen Weil der dasselbe Outfit hat Verstehe Ein Fotograf Und eine Note Für Sagar, der Barber Das sieht wie eine sehr recentere Anleitung der Story-Mission aktualisiert Okay Glaub ich muss hier raus Ah ne, da ist noch was Über mir Vermute ich mal Oder es ist noch weiter unter mir Ich weiß, ob das oben oder unten ist Was ist Ja, ist halt die Frage, wo das jetzt ist, ne Hier unten Da ist noch so ein blauer Punkt, wo ich nochmal hin muss War auch nicht unter mir Ich guck mich hier mal ein bisschen um Hier geht's nochmal Doch, da geht noch was anders lang Die kommt zu mir Das wollen wir nicht Das heißt, ich soll mir die Slums weiter angucken Also ich will dann doch noch nach oben Aber ich schaue mich hier trotzdem mal ein bisschen um Vielleicht finde ich was Ah, hier geht's wieder hoch Ah, okay Ah, hier, hier muss ich hin 47, dieser Mann dort Er erinnert den Maelstrom Ich guck mich Ich guck mich 47 Die Augen Ich weiß Die Augen Das kann nur Wazir Kalle Maelstrom Identifikation Identifikation confirmed. Tür zu. So, dann machen wir die. Toll. Und jetzt suchen wir noch einen Ausgang und dann sind wir weg. Das war ja einfach. Der Arme wollte nur die Treppe runter gehen. Headshot. Upsi. Und der wurde gefunden. Oh ne, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, von hier komme ich doch, ne? Und da vorne ist der Ausgang, dann gehen wir dorthin. Ja, bitte durchlassen, bitte durchlassen, bitte durchlassen. Mann mit komischer Mütze und vollautomatischer MP möchte durch. Interessiert hier anscheinend niemanden. Super, freut mich. Toll, ganz toll. Großes Kino. Gaming-Welt, danke fürs Sipp werden. Danke, danke. Ach ja, Gaming-Welt. Haben wir es geschafft. Der Allerechte. Mach die Friseur-Story-Mission. Ich schau jetzt mal, wie es weitergeht hier. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Startpunkt Kahn. Weiter. Weiter, weiter. Oh, neue Waffeln freigeschalten. Geil. Story-Mission. So, das haben wir. Das haben wir auch. Story-Mission spielen. Das ist P überspringen, ne? Wenn ich jetzt auf überspringen gehe, dann kommt die nächste Mission, schätze ich mal. Ja. Heimkehr. Barcelona. Das ist in Rumänien. Das ist in Barcelona. Das war eine Jugend-Korrektional-Fahrheit bis 1962, als das Stadte von einem obskuren Sowjetischen Forschungsfonds verletzt wurde. Das Institut für Human-Bettung. Das sieht verdient. Sehr interessant. Das Platz wurde abandert nach einem Feuer in 1989. Dann, nur ein paar Wochen vorhin, wurde es von einem Anonymous-Investor, die mit der Kryptowährung benutzt wurde. Oh Kryptowährung. Es muss Lukas Grey sein sein. Oh Kryptowährung. Er ist hier. Sei vorsichtig, 47. Die Brötchenkrambe waren fast zu leicht zu folgen. Es könnte ein Trapp... Nicht ein Trapp. Ein Trapp. Ein Trapp. Ein Trapp. Ein Trapp. Das ist mein Ding. Das ist mein Trapp. Ein Trapp. Mein Vater hat uns trainiert, wir uns in Böder für Providence verletzt. Du siehst du nicht. Sie haben es von dir rausgezogen, sie haben es weggezogen, aber ich mache. Ich mache alles. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich weiß, dass es schwierig ist. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du bist. Du siehst. Was war sein Name? Thomas. Subjekt 6. Oh. Dein Name ist Subjekt 6. Und was ist unser Ziel? Um sie alle runterzunehmen. Jetzt hast du dich verstanden, dass der auch eigentlich ein Agent ist. und wir dafür ausgebildet wurden. Erneut Spiel. Mission Plan. Ein anderes Leben. Jetzt schauen wir mal. Mission Plan. Möchten sie wirklich? Ist sie schon geplant oder was? Können sie die Story fortsetzen? Ja, planen muss ich nichts. Einfach rein in die Olga. Wenn das jetzt richtig ist. Berlin! Ja, wir gehen nach Berlin. Nee. Kann ziehen. Ich hoffe die Story geht weiter. Ich weiß ja nicht wie langs geht ne. Ich weiß nicht. Herr Grey, was ist dein Spiel? Die Partner schiebt hinter einer Anonymität. Nur ein Mann weiß ihre reale Identität. Ihr Klient. Der Top Controller. Der Künstler. Der Künstler. Der Künstler. Der Künstler. Der Künstler. Aber er ist nicht wertvoll. Also, was ich missing? Ein Mann würde kommen zu den Instituten. Der Künstler. 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 Von Jahr. Und sie haben einen Anidot gemacht. Es ist ein langer Schritt, ich weiß. Das ist nicht so, wie es funktioniert. Wir sind nicht nur die Revolution. ICA ist neutral, wir nehmen keine Szenen. Ich liebe es zu dir, Lady. Aber Neutralität ist eine Seite. Es ist die Seite des Status Quo. Die Leute haben sterben. Zivilisation. Anscheinend wäre er, oh, wenn diese ewig lange Cutscene zu Ende ist. Ich glaube, dann kommt dieser GTA 6 Trailer. Das ist genug. Du hast eine Wahl. Aber ich habe mir eine lange Zeit gemacht. Ich werde mit dem, was ich angefangen habe. Ich verstehe nicht, was das für ein Ding ist, was er da jetzt reinkriegt. Dass er sich wieder erinnern kann, oder was? Subjekt 47. Most gifted, of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident. The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As we- Motherbuckers quits. So, jetzt habe ich mich wieder richtig eingesetzt. Sorry. Es wird wieder passieren. Gehe dein Haus in Wasser, Doktor. Du möchtest nicht die Alternative. Ich erinnere mich, wer er ist. Und jetzt? Ich verstehe es nicht. Heimkehrs haben wir Geisthack. Dann hatten wir Heimkehrs. Die zwei Cutscene waren jetzt ein anderes Leben. Es ist immer so blöd, dass es nach den Cutscenes nicht einfach weitergehen kann. Ich muss es immer auswählen, ne? Jo, Anus. J. Anus. Sorry. J. Anus. J. Anus. J. Anus. J. Anus war trainiert, um Interrogation und Tortur zu entstanden. Keine Menge Druck zu erinnern, um Informationen zu erinnern, die er nicht will. Insofern muss er seine Haus für Klub suchen. Aber wenn Providenz lernt über unsere Presence, dann ist es so. So, kann man das skippen? Kann man das skippen? Bitte. Wir suchen C. Anus. Wir suchen C. Anus. Ich sehe die ganze Zeit C. Anus. Das ist ganz schlimm. Ist das C. Anus? Oh, der ist alt. Genese Securiti... Die bewachen C. Anus. Oh. Können wir bitte noch mal C. Anus sagen. Ich muss Cheyness und Nolan Cassidy umbringen. Gut. Wer von den zwei ist jetzt Cheyness? Aber die Mission ist schon mal lustig aus, weil wir in so eine Nachbarschaft einfach gehen, wo Chey Anus lebt. Und erst jetzt kann ich das machen. Oder wie? Wieder eine Cutscene gewesen. Planung spielen. So, Einsatzzielplanung. Genau, das passt. Ich weiß nicht, Waffeln nehme ich, glaube ich, mal eine andere mit. Was steht denn? Naja, wird schon passen. Anzugtechnisch, ja. Bei Cowboy? Cowboy Anzug, passt schon. Wenn wir da in Amerika sind, muss doch. Rein in die Olga. Spielen. Tatsächlich, Chey Anus ist der Typ mit der Nase. Hallo. Der alte Chey Anus. Oh, cool. Dankeschön. Oh, voll ist schön. Aber jetzt haben wir gefühlt 15 Minuten Cutscene geguckt. Haben wir doch 100 pro jetzt. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, der wird einfach. Ja, mach ich. Gut Glück, 47. Hm. Oh, geil. Oh, Enten. Das ist Tauben. Hm, Tauben, ne? 47. Wir sind hier drauf. Ich seh's nicht. Helens Muffin Kitchen. Ich will ein Muffin haben. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. These are the Moller, Senor. Feel free to taste one of our sample-muffins. Hallo. Warten Sie noch, ein bisschen Busch. Na, nicht Hilfe. Busch. Ich will Muffin haben. Ich, äh, klau mir den jetzt einfach. Oder so. Achso, fehlt. Ja, ähm. Entschuldigung, 2 Dollar war mir doch zu viel. Jetzt alle her. Ach, Polizei. Ah, da sind die Muffins. Ich wollte nur Muffin haben. Ich wollte die gratis haben, wisst ihr? Ich lass mich ja nicht verarschen. Ich zahle da 2 Dollar für. Ich zahl keine 2 Dollar für den Muffin, Leute. Wo kommen wir denn da hin? Geldbörse hau ich mir aber auch gleich raus, ja. Aber hier, Muffin. Gratis für alle. Hier. Blaubeer-Muffin. Hier. So soll das aussehen. Jeder soll einen Blaubeer-Muffin gratis bekommen hier. Oh, nee. Warten Sie, ich habe auch nicht einen Blaubeer-Muffin probiert. Warten Sie ganz kurz. Oh, nee, meine Mundi ist leer. Och, nein. Das war es jetzt für mich. Aua. Aua. Ah. Ah, ich komme nicht rein. Das ist ein Fake-Dor. Oh, nee. Oh, nee. Aua. Muss wenigstens nicht für Muffin zahlen. Ich wollte es mal probieren. Hätte ja sein können. Ey, aber das könnte schon GTA 6 sein, so vom Stil her. Ja. Ja, ich gehe jetzt wieder darum, Muffin holen. Ja, ist er okay. Was kann ich denn hier machen? Guten Tag. Kann ich mir so ein Muffin nehmen? An sich, ich würde ja gerne. Ja, Blaubeer-Muffin. Hier. Ich will nochmal so ein Blaubeer-Muffin, ne? Das kostet zwei Dollar. Ach so, ich kann ja auch gratis mitnehmen. Dann ist ja... Das ist kein Interessierender. So passt das doch. Ich verstehe kein Wort. Ich gebe Ihnen einfach das Ding hier. Bitteschön. Für Sie. Gut. Den Rest nehme ich mit. Ich bin froh, ich habe Blaubeer-Muffins. Äh, Muffasa, danke schön für 12... Alter, 12.25 Euro mit Ehrengebühren. Überweisungsgebühren hier. Hab gerade eine schlechte Zeit. Danke für den Hammer-Stream auch. Kommen bessere Zeiten. Ich kann... Ich kann Blaubeer-Muffin in den... Ja. Ich habe gerade einen Blaubeer-Muffin da reingesteckt. Stell dir mal vor, die sind auf Urlaub. Ach, schau mal, die machen hier gerade alles schön. Das heißt, da zieht bald jemand ein und er findet einfach so einen schimmeligen alten Blaubeer-Muffin bei sich da drin. Beim Einziehen. Ein kleines Geschenk am Rande. Oh, ich würde die so mit einem Blaubeer-Muffin anschmeißen. Ich habe da so einen Bock drauf. Ich gehe auf den Spielplatz. Ich gehe auf den Spielplatz. Ein bisschen schaukeln. Oh, guck, die sind sogar animiert. Wollen wir einen Blaubeer-Muffin? 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 Wollen wir mal einen Blaubeer-Muffin? Wollen wir nochmal einen Blaubeer-Muffin? Was ist denn los? Was ist denn? Die wollten nur einen Blaubeer-Muffin. Entschuldigung, jetzt haben wir zu viel geschwaffelt. Okay, dann nicht mehr da das Outfit, ne? So. Dann sind wir mal fertig mit den Blaubeer-Muffins. Ey, Jungs, da ist irgendwas passiert. Da liegen ganz viele Blaubeer-Muffins. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. Irgendwas mit Blaubeer-Muffins. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es euch halt wirklich nicht sagen, was da los ist. Den Hammer nehme ich aber mit. Der Polizist, ich finde sie richtig Hammer. Warten Sie mal ganz kurz. Kann ich kurz? Gehen wir uns gucken hier. Ach, nee, da hat es jetzt gesehen. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin ein Polizist. Sie dürfen nicht auf mich schießen. Oh, nö. Was ist denn du? Ja, aber was ist denn du gespawnt? Ich werde nochmal umziehen. Sorry, ich dachte, es wird eine ganz schöne Nachbarschaft hier. Aber irgendwie. Ah, die kann ich einfach nehmen. Dann nehme ich die einfach mal. Guck, guck. Ich kann mich irgendwie hier umziehen. Kann ich hier ihre Sachen haben? Kann ich mich als sie umziehen? Nee. Ich brauche was zum Umziehen. Mein Gott. Wissen Sie, ich bin echter Polizist. Oh, Geburtstagsparty. Wer hat denn Geburtstag? Ich brauche was zum Umziehen. Sorry. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn verloren. Ja, hallo. Ich bin da oben. Mein Gott. Ich wollte halt nicht, dass es so eskaliert. Aber es geht halt nicht anders. Hä, von wo? Von dir. Das sind aber ganz schön viele. Ah. Ich muss mit Sicherheit wiegen. Ich sehe nichts. Entschuldigung. Ich muss kurz in ihr Haus. Weinflaschen. Sorry. Tut mir leid. Ups. So. Okay, jetzt sollten sie mich nicht erkennen, oder? Oh, nee. Sie haben es gesehen. Oh, nee. Reload, reload, reload. Ich mache immer eine ganze Nachbarschaftsparte zum Riesenstreit hier. Das tut mir sehr leid. Also eigentlich tut es mir ja überhaupt nicht leid. So, wisst ihr? Au. Au. Ich mache einfach die ganze Nachbarschaft kalt. Machen wir es einfach so, Leute, oder? Die ganze Nachbarschaft kalt machen? Fühl ich. Nee, von hinten. Willst du die Waffe nehmen? Super. Ich mache jetzt einfach die ganze Nachbarschaft kalt. Ihr wollt es halt so. Dann machen wir es auch mal auf nicht self. Sorry, ich muss die ganze Nachbarschaft kalt machen. Weil ihr seid alle, äh, jetzt Teil einer Riesenverschwörung. Deshalb muss ich das leider durchziehen. Ach, bleibt doch mal stehen. Wo sind die ganze Nachbarschaft einfach da oben? Hahaha. Responnt eh nicht, ne? Ey, was passiert eigentlich, wenn ich wirklich alle ausschalte? Responnt die dann? Ich glaube nämlich nicht. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist ja irgendwie assi. Hallo. Er rennt weg. Ich muss das machen. Oh, geil. Kann ich hier mitfahren? Nö. Da vorne ist noch, da vorne ist mein Ziel. Ich muss da halt einfach hin. Oh, das ist eine coole Waffe, die will ich haben. Oh, eine Uzi. Jetzt haben wir Spaß in der Nachbarschaft. Jetzt haben wir so richtig Spaß. Jetzt geht die Uzi. Oh, ich mag irgendwie die. Ja, das Maschine wäre schon cooler. Größeres. Cool, dann gehen wir mal rüber. Oh, da hinten chill da. Chillt der einfach da drin? Kann ich da einfach jetzt reingehen? Ja gut, dann machen wir das halt. Guten Tag. Auf dem Boden. Na, du alter Sack. Jetzt habe ich dich endlich. Hast du gedacht, ich finde dich nicht. Tja, jetzt bin ich aber in deinem Haus ab. Das ist genau das Gegenteil von Stealth gerade, aber macht irgendwie auch Spaß. So, du alter Sack. Renn. Renn dein Leben. Wie er läuft, guck. Guck dir das an. Und er hat niemanden, der ihn sichert, weil ich schon alle abgewuchst habe draußen. Guck. Wo gehst du denn hin, alter Sack? Was ist denn los? Na, wo bist du hin? Ich habe halt wenigstens eine ganze... Was ist los jetzt? Was ist los? Was willst du machen? Ah, da kommt noch welche. Jetzt aber. Er wusste nicht, wo er hin muss. Keine Zeugen. Keine Zeugen hier. Keine Zeugen. Man darf das sehen, was wir hier machen. Gut, aber noch den letzten. Ich wusste nicht, dass ich heute die ganze Nachbarschaft top 10 habe. Aber so schlecht ist das gar. Ich dachte, das ist viel schwieriger. Was haben wir hier? C4. Können wir sein. Oh, wir können sein ganzes Haus hoch sprengen. Das macht Spaß. Schauen wir uns das mal an, wie es von außen aussieht. Drei. Zwei. Eins. Und? Wow, das war es. Wirklich. Da ist ja nichts passiert. Ah, mach mal drunter, lass mal was Schönes. Also, vergiften, ne. Können wir ja nicht. Hat er doch irgendwann eine Waffe, die ich noch brauche? Hier, die nehme ich noch mit. Und, äh, hier, die nehme ich noch mit. Und vielleicht die UC nehme ich doch nochmal mit. Oh, da ist jemand. Hey, hier kommst du doch oben. Da war auch niemand. Ich fahre mich inwiefern sich das auf meine Leistung aus, äh, dingst. Ich habe jetzt so viele Waffen, krass. Oh. Sorry, mate. Lass mich mit. Also, andere Breed schon abhauen können in der Zwischenzeit. Entschuldigung, ich bin der Nachbarschafts, äh, aus Merzler. Ich mache die ganze Nachbarschaft kaputt. Tut mir das sehr leid. Guten Tag. Puh, was ist das? Hector, wir stehen im Weg. Wir stehen im Weg. Ich habe eine Mission. Ah, da ist ein Kopf. Ist das ein Kopf? Ah, nee, das ist der Briefträger. Entschuldigung. Sie sind aus wie ein Polizist. Ein Sauerstreger. Ich habe mal diese Zeitung mit, ne. Ich werde mich jetzt als sie verkleiden, okay. Verkleide mich als sie. Dann haue ich Leuten mit einer Zeitung. Ich bin jetzt der Briefträger. Es wird keiner merken, dass ich der Briefträger bin. So, rüber da. Guten Tag, ich bin der Briefträger. Habt ihr gehört, sie haben Post? Ihr Post. Ihr Post ist da. Ihre Post ist da, haben sie gehört? Hallo, Ihre Post. Ihre Post ist da. Ihre Post ist da. Warten Sie mal. Soll ich hier Genick brechen? Ist das ein bisschen brutal? Spiel ist halt wirklich lustig, brutal. Gut, dann warten wir noch mal. Vielleicht bin ich noch was anderes, was ich sich schmeißen kann. Oh, der Hotware ein Ding baut. Guck mal hier oben. Ein Häusel. Ist das cool. Da können wir raufklettern. Eigentlich sollte jetzt schon das Militär ankommen, was ich hier schon alles verbrochen habe. Aber irgendwie interessiert das keinen. Cool, wie ein GTA. Ja, irgendwie die Damen, sie müssen jetzt schon mal aufwachen hier. Körper wurde gefunden. Ich glaube, das gibt viel schlimmere Sachen. Zum Beispiel hier. Ich habe gerade die Fensterscheibe eingeschlagen. Guten Tag, die Post ist da. Oh mein Gott. Die Post ist da. Wo, Körper wurde gefunden? Wo denn? Da ist doch alles okay. Soll ich sie mal reinziehen? Ja, komm. Ich bin der Postboot. Ich bringe sie mal rein. Dann geht es nicht gut in zwei. Dann zieh man sie mal rein. Aber guten Tag. Die Post ist da. Ich wusste gar nicht, dass der Herr auch noch immer aus ist. Dann könnte ich die Post wieder haben. Dann nehme ich immer die Post wieder mit. So. Dann ziehe ich sie mal auch noch mal mit rein. Weiß ich, ob ich ihnen noch mal das Genick brechen soll. Die Dame, jetzt ziehen sie mal bitte ihren Rock ein bisschen runter. Das gibt es doch gar nicht. Hier noch mal Post. Hier auch noch mal Post. Was, wenn ich das Ding hier schmeiße? Die Dame. Ich habe noch was viel besseres als die Post. So, hier für sie. Sorry, das ist so lustig. Dieses Spielen ist so dumm. Ähm, oh hier. Kann ich mich verkleinern? Was denn? Wobei der Postboot ist schon lustig. Nee, komm ich ziehe mich als Postboot an. Macht viel mehr Spaß. Wobei, das steht hier unbefugtes Betreten. Soll ich jemanden das Genick brechen? Weil ich kann mal probieren, wenn ich hier... Wir sind immer nur bewusstlos. Stirb. Stirb endlich. Ey, also da bist du doch eigentlich tot bei sowas. Nackenbruch. Nackenbruch. Und Nackenbruch. So, nehme ich mal eine Zeitung damit. Kann ich mir eine ganze Zeitung mitnehmen, bitte? Zwei Stück, wo ist denn meine andere? Mir fehlt noch eine Zeitung. Ah, hier. Das sind immer drei Zeitungen, die ich wieder verteilen kann, die Leute. Wenn sie mir eine Zeitung lesen wollen. So, gibt es hier irgendwo hoch? Oben ist nix. Okay. Och, jetzt kann ich hier den Basie nehmen. Ach, hier ist so ein Paddel. Ey, ich habe hier so Spaß, Leute. Das ist unglaublich. Merke, der Mörder ist immer der Gärtner. Zeitung, Zeitung, Obacht, Zeitung. Was denn, Zeitung? Zeitung, Zeitung. Ah, da liegt hier noch mehr Zeitung. Ui. Man könnte das Spiel durchspielen, wenn man nur Zeitung dabei hat. Das ist krass. Und hier, wo ist denn die? Achso, die letzte Person ist da hinten irgendwo, ne? Haben sie eine Zeitung bestellt? Ach, ist das schön. So. Da komme ich nicht rein. Dann heißt es, ich muss hier irgendwie rüber. Da komme ich ja eh so über das Grundstück, ne? Mit X. Plan mit X war aber nix. Da drüben ist jemand, der ist Zeitungsbefürworter. Haben sie heute schon Zeitung gelesen? Zeitung? Habt ihr schon gelesen, ne? Ja, weiß ich. Die haben sie heute schon ausführlich gelesen, betrachtet. Hallo, Zeitung. So. Danke, dass sie auch die Zeitung gelesen haben. Och, jetzt habe ich keine. Ich mache jetzt einfach wieder auf. Ich steige einfach rein ins Haus und mir ist alles egal. Guten Tag. Ich habe aber ganz schön recall die Waffe. Oh, der hat zu krassen Recoil. Da gehe ich lieber mal in Sicherheit. Uiuiuiuiui. Hätte ich das gewusst, dass die so einen Recoil hat, dann nehme ich lieber was anderes. Ähm, die hier zum Beispiel. Die ist besser. Ja, viel besser. Noch jemand? Ja, Postbote wartet auf Siebenhaus. Wuiuiuiuiui. Äh, äh, äh. Ah. Ich sehe nichts. Oh, die muss reloaden. Unfair. Unfairer Vorteil. Reload. Was hat der für eine Waffe? Sagt er nicht, ne? Geil. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss noch hier die, äh, zum Blauen und dann, ähm, so schauen wir mal, wo der Blaue ist. Da muss ich nämlich hin anscheinend. Tim Herrmann, kennst du mich noch? Vor allem nicht auf dem Server. Tim Herrmann. Kenne ich einen Tim Herrmann? Entschuldigung. Das hat mir gerade wenig. Bitte, weg da. Ich mache die Nachbarschaft nur sicherer. Ah, den hier anschalten. Oh, ne. Irgendjemand muss ich hier finden und suchen und. Ah, hier vorne. Was soll ich denn hier machen? Hä, was soll ich hier machen? Finden Sie Hinweise. Eins von drei. Aber das, was muss ich denn hier machen? Hier ist doch kein Hinweis. Hä? Nicht doof? Ah, hier. Ah, ich brauche eine Schaufel. Dass ich gleich eine Schaufel brauche. Ich habe jetzt. Ich glaube, ich habe wirklich die ganze Nachbarschaft mitgenommen, ne? Das ist jetzt kein Witz. Ich glaube, ich kann jetzt mittlerweile komplett um die Nachbarschaft gehen, ohne dass ich ein Problem kriege. Weil einfach alles egal ist. Na, hier ist noch jemand. Den muss ich noch ausschalten. Banderer. Also jetzt so langsam steht hier echt keiner mehr. Weil da hinten. So eine Schaufel. Wer hat eine Schaufel im Haus? Keine Zeugen. Weil dafür verwende ich lieber die andere Waffe. Ich baue eine Schaufel. Haben Sie eine Schaufel? Ich suche eine Schaufel. Wo könnte hier eine Schaufel sein? Der meint die Leute respawnen. Guckt ihr das an? Wo ist denn eine Schaufel? Ich glaube, da hinten. Ist das einer? Ach, komm. Es hätte eine Schaufel sein können. Ist es aber nicht. Schaufel, 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 Schaufel. Wo kriege ich eine Schaufel her? Die kann doch nie so weit weg sein, die Schaufel. Ich finde keine Schaufel, Leute. Dass hier hier von nichts mitkriegen. Muffin. Der Muffin Man. Der Muffin Man. Wir sind eine Schaufel. Jetzt wirklich. Suche ich eine Schaufel. Hier ist auch nichts. Nee. Hier muss doch eine Schaufel. Ey, das gibt es doch nicht. Dass keiner eine Schaufel hat. Ich gucke schon den 50. Laden durch und finde keine Schaufel. Kannst hier nicht ausdenken. Ich habe einen neuen Killstreak, glaube ich. Was kann ich hier machen? Nee, geht nicht. Man sucht und findet nichts. Ich suche eh schon mit dem Tool hier, das ich immer sehe. Schaufel, bitte eine Schaufel. Auch keine Schaufel, auch nie. Muss doch hier hinten irgendwo sein, die Schaufel. Die Schaufel. Entschuldigung, ich habe nichts getroffen. Ja, weiß ich auch nicht. Neben Notiz. Infogegenstände. Die Notiz sagt mir sicher, dass irgendwo eine Schaufel ist. Wobei, da ist ja eine Baustelle. Hier ist 100 pro eine Schaufel. Und ich gehe 5 Kilometer und denke mir, oh, da ist so keine Schaufel. Also, wenn hier keine Schaufel ist, dann weiß ich nicht mehr. Habe ich alles probiert. Was ging das nämlich mit? Wir haben echt keine... Wir haben hier auch keine Schaufel. Ach, nö. Nee, das gibt es doch nicht. Das haben die doch mit Absicht gemacht, dass man hier keine findet. Ich frage mich, ob wir eine Auszeichnung kriegen, wenn wir wirklich alle Leute hier umnieten einfach. Ob wir eine Auszeichnung kriegen. Ich glaube nicht, du kriegst irgendwas dafür. Hier, eine Schaufel? Nee. Schaufel? Nee. Keine Schaufel. Ich nehme nur eine Schaufel, sorry. Nee, die haben keine. Ey Leute, ist das so schwer, in einem Spiel eine Schaufel zu finden? Ich bin jetzt mittlerweile die ganze Nachbarschaft durchgegangen und ich finde nichts. Und aufs Klo muss ich auch. Keine Schaufel, keine Schaufel. Das ist... Das kannst du auch keinem erzählen, dass ich hier so lange an einer Schaufel suche. Ja, weißt du was? Ich gehe hier rein und mache einfach mit der Brechstange nochmal auf. Zack. Ostboote, Post ist da. Dann schalte ich die Person dann nochmal aus oder was da drin auch immer ist und dann... Ah, hier ist eine Schaufel! Geht doch! Hier ist sie. Guten Tag. Da waren wir doch schon. Hätte ich da einen Hinweis gebraucht. Sorry. Ich ziehe mich doch nochmal anders an. So. Und jetzt nehme ich die Schaufel und äh... Hätte ich hier noch einen Hinweis, sagt ihr mir? Oder ist das oben? Ah, das wird oben sein, ne? Oben im Haus. Einen Gegenstand finden. Mhm. Schönes Haus haben die hier aber. Also, ich meine Geschmack, aber... Brecheisen, ja. Nein, da. Ab geht's! Da soll ich anziehen? Okay. A ceremonial robe of some sort with a note from Janus attached. Hm. The note is interesting. Janus has asked Helen to do a few repairs on the robe before he leaves for his annual trip. Was soll ich jetzt hier machen? Vergiften? Ja, ich hab jetzt die... Ich hab das jetzt hier nicht richtig gemacht anscheinend. Finden sie einen vergrabenen Gegenstand? Achso, ja, nee. Dann... Das ist doch schon... Soll ich natürlich die Schaufel mitnehmen? Ja, die hier. Oh, hallo there. I'm Charles Lake, Chairman of the Hummer. What the... Kennen sie mich? Hey, we need some help here. Einen Scheiß brauchst du. Brauchst gar keine Hilfe. Hab ich schon alle ausgeschalten da dringend. Hahaha. Ah, ich hab ja eh schon alle ausgeschalten. Okay, weiter geht's. Charles Blake, der Dritte. Jetzt tu mal gucken, was hinten drin ist. Und dann... Schauen wir mal. Kennst du mich vielleicht noch... Äh, Cracky kenn ich, ja? Kannst du dein Headset abziehen für die Zuschauer? Ja, mach ich gleich. Boah, ich bin so dringend auf Klo, Alter. Ich weiß nicht, was heute los ist. Jetzt mach ich hier gleich wieder Bush-RP, Alter. Ich seh's kaum, bevor ich das hier aufmache. Aber ich hab Angst, dass da irgendwer kommt und mich niedermetzelt. Was ist denn das hier? Das muss doch hier sein. Hier, ein Graben. Äh, war's das jetzt schon? Achso, nee, mit F. Abgeschlossen. Und wir können gehen. Bei Abziehen geht's schwer, dann muss ich bei den Settings wieder resetten. Wow, also... Die Mission war mal ja easy, ne? Ich hab grad einfach die ganze Nachbarschaft mitgenommen. Also so, fast alle. Super. Schau, jetzt nehm ich hier einfach die Bushaltestelle. Ich hab grad... Ich hab grad einfach die halbe Nachbarschaft mitgenommen. Es interessiert einfach keinen. Ist das geil. Ist das geil. Ich hab die ganze Nachbarschaft hops genommen. Geil. Hab ich aber durchgezogen, Leute. Gut, Leudels. Ich würde dann für heute mal Schluss machen und mich schnell mal auf Toilette verziehen. Äh, vergisst nicht. Wir sind morgen 14 Uhr oder 14.30 live. Ich werd's heute noch ankündigen, wann's soweit ist. Auf jeden Fall sind wir morgen auch live dabei, wenn der GTA 6 Trailer kommt. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Und, Alter, ich muss so dringend auf Scheiß aus. Das glaubt mir keiner. Also. Nee. Und ich hab diese Dreckschaufel nicht gefunden. Ich hab diese... Und es drückt und die Schaufel kommt. Und der Reizdarm kickt rein. Ich find diese Schaufel nicht. Und dann war das doch diese Mission mit Joanes, Alter. Kannst du keinem erzählen? Ah, war aber geil. Hat Spaß gemacht. Müssen wir weiterspielen, Leute. Ich muss auf jeden Fall den dritten Teil sowieso holen. Und wir haben hier aber noch ein paar Teile. Wartet mal. Jetzt kommt wieder eine 5000 Millionen. Was sind die nächste Story-Mission, die wir noch hätten? Nee, warte. Hier. Einen soll ich bestätigen. Wir hätten dann... Ach, jetzt seh ich's nicht. Toll. Super. Jetzt bin ich einfach rausgegangen. Mission, Story. Ich hab auch Hitman. Eins hab ich auch, ne? Wir haben noch die Missionen hier. Eins, zwei, drei Missionen, die wir dann noch spielen werden. Geil. Freu ich mich drauf. So, Leute. Dann sag einfach 14 Uhr. Komm mal am Ende eh. Ja, dann mach mal so. Sag ich 14 Uhr, komm ich um 14.30 Uhr. Ist auch eine gute Idee. Nee, also wir sind ab morgen dann aktiv. Ab morgen 16 Uhr Schule. Das ist aber RIP, Alter. Ah, da wird den Trailer verpassen. Musst du in der Schule gucken, den Trailer. Eieieiei. Das wird morgen dann das ganze Thema in der Schule, wenn der Trailer draußen ist. Gut, Leute. Macht's gut. Ich verabschiede mich. Bon Giorno. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bzw. bis morgen. Haut rein. Und Tschüssi Kowski.